Ich, bevor ich dich jetzt, äh, bevor ich dich jetzt vorstelle, ich soll dich von so vielen Leuten grüßen, lustigerweise hat einer davon, ähm, mit dem ich letztens auf der Range war, mit dem Daumen und Zeigefinger repetiert und mit dem Mittelfinger abbekrümmt. Ich sag jetzt nicht, wer es war, aber ich geh jetzt einfach mal die Liste an Menschen durch, von denen ich dich grüßen soll, die hab ich mir auch hier aufgeschrieben. Also, liebe Grüße kriegst du von Keeper, von, äh, Kyle Strategic, ähm, dann von Marcel Donnet von MD Textil, von Michael Gast von der 1 Moa GmbH und, äh, vor zweieinhalb Wochen waren wir in Hamburg, haben wir in Polizei einen Virtual Reality Simulator getestet, da ist dein Name auch gefallen. Das war alles nur die Grüße aus den letzten drei Wochen und von Sören Sünkler, dem Herausgeber der KISOM und, äh, dem Inhaber vom, äh, KISOM Verlag, der auch dein Buch rausgebracht hat, von dem soll ich dich natürlich auch grüßen. Ja, vielen Dank. Es, äh, fühlt sich so an, als hätte jeder eine Rosi-Story. Du bist echt bekannt in der Szene. Ja, ich bemühe mich da nicht ganz so. Doch, in letzter Zeit, äh, doch ein bisschen. Aber eher aus Versehen. Nee, äh, ich hab's eigentlich bisher geliebt, äh, unterm Radar zu fliegen. Mhm. Aber, das ist jetzt halt so. Mit dem Buch fing das schon an und, und was denn da die Kette nach sich zieht, das ist dann halt auch so ein Ding. Das, das ist halt, da kann ich auch nichts machen, das ist jetzt so. Ich glaube, das ist nicht erst seit dem Buch so, wenn wir ehrlich sind. Na, ich, ich denke, bei einigen Einheiten bin ich natürlich bekannt, aber, äh, querschnittlich ist, ist jetzt neu geworden. Rosi, ich freue mich riesig, dass du im Low-Ready-Podcast bist, in der zweiten Episode. Ich, äh, stelle dich ganz kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, und das werden aus dieser Szene ganz wenig sein, du bist Hermann Rosenberg, dein Rufname oder der Name, unter der ich, unter dem ich dich kenne und das erste Mal von dir gehört habe, bist Rosi. Mhm. Du bist ehemaliger KSK-Soldat der ersten Stunde, darauf gehen wir zu, und du bist Herausgeber eines der, wie ich finde, interessantesten Lehrbücher zum Thema Pistolen schießen. Ich habe mir den Namen auch nochmal aufgeschrieben, hier liegt es auch. Das ist das Buch Combat Pistol, der taktische Einsatzschütze mit der Kurzwaffe, auch aus dem KISOM-Verlag. Herzlich willkommen im Low-Ready-Podcast, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hol mich mit meinen Spitznamen ansprichst hier, Rosi. Also, in KSK war das dann so 96. Ja, Hermann, was hast du denn für einen Spitznamen? Und dann sage ich, ja, mein Spitzname ist Hermann. Und das wurde dann von meinen Kriegern nicht akzeptiert, und dann konnte ich mir aussuchen, entweder Rosi oder Marianne. Also Marianne, Rosi wäre ich die Sängerin. Da habe ich gesagt, das war das nicht ganz so schlimme Übel, das war dann Rosi, und dann habe ich gesagt, ab jetzt Rosi. Dann habe ich mich auch noch ein bisschen gewehrt, bis ich dann bei den Special Forces einen Kurs gemacht habe, einen Sniper-Kurs. Und dort wurde ich dann auch mit Rosi betitelt, und ab da keine Chance mehr. Und jetzt ist das für mich auch nicht schlimm. Du durftest dir den Namen aussuchen. Ich habe vorhin anderen Leuten gehört, dass sie da überhaupt gar keine Mitspracherechte hatten. Der wurde einfach verliehen. Bei uns wurden auch die meisten verliehen. Das sind auch nicht immer schmeichelhafte Namen. Deswegen habe ich auch gesagt, hier, Rosi ist okay. Fährst du ganz gut mit? Ja. Das ist auch ein bisschen mein feminines Aussehen, was Rosi dann auch begünstigt, aber nein, natürlich nicht. Das wollte ich gerade sagen, das hast du am Kleiderbügel gelassen, dass femininer aussehen. Du siehst nicht nur aus wie ein knallharter Operator der ersten Stunde. Nein, du bist auch einfach ein netter Typ, muss man einfach sagen. Oh, danke. Aber ganz kurz zu diesem Spitznamen, bevor diese ganze Butze hier losgeht. Ich finde es großartig. Ich hatte, ein Kollege hat mir erzählt, jemand Neues kam in seine Einheit. Und dann haben sie in einer Ausbildungsgruppe einen guten Job gemacht. Und irgendwann zeichnete es sich so, ob das wahrscheinlich bleiben darf. Und hat einen Rufnamen gekriegt. Und ich glaube, sie haben ihn gefoppt oder so, haben ihn gefragt, was möchte ich denn haben. Und dann kam er irgendwie mit so Sachen und die so, ja, also, Neptune und sowas wäre ganz cool. Und dann ist sein Rufanname Ariel geworden. Das ist der Haken. Deswegen muss man echt aufpassen. Also wenn wir jetzt einkommen, ich will Keule heißen oder sonst irgendwas so die Richtung, nee, dann heißt man halt erst Gunk oder der Bucklige oder sonst irgendwas. Also diejenigen, die ich gerade angesprochen habe, die wissen, wer gemeint ist. Das sucht man sich natürlich nicht aus. Das wird verliehen. Bleibt er die ganze Karriere über? Aber hallo. Wie gesagt, wie gesagt, 96 habe ich meinen bekommen und nie wieder ablegen können. Und einige sind jetzt auch nett und sprechen mich wieder mit Hermann an. Aber ich melde mich auch schon als Rosi, weil die meisten kennen mich so. Frau von mir hat er einen Namen aus der Sesamstraße bekommen. Das ist passiert. Und mittlerweile, er hört darauf, ist komplett fein damit. Und ich habe lange, lange gebraucht, um diese Verbindung herzustellen, weil er sagt, ich sehe ein bisschen aus wie der Typ aus der Sesamstraße. Jetzt hat es irgendwann Klick gemacht und jetzt kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so. Mein Sohn allerdings, der hat auch verliehen bekommen, Rosi. Der war zwölf Jahre Falschirmjäger. Und das hat mir nun nicht so gepasst, dass wir beide, also Vater und Sohn, gleich einen Spitznamen haben. Aber das ist dann auch so. Also wenn dann irgendeiner Rosi gerufen hat, dann haben wir beide in die Richtung geschaut. Und dann heißt es auch nicht Rosi Junior, sondern einfach Rosi. Das ist halt so, oder? Kommt vom Ruhmeng. Von daher passt es auch. Du, bevor wir jetzt einsteigen zum Thema Sprosse und wie, würde mich mal interessieren, wie das für den eigentlich ist. Also ich meine, du bist kein unbekannter Name in der Szene. Und dann als Sohnemann von jemandem dann in die Einheit zu kommen, beziehungsweise zur Armee, ist das ein einfaches Schwert? Ist das, weil die werden, ohne dass es wahrscheinlich jemand ausgesprochen hat, geht man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an diesen Menschen ran, oder? Das hat er doch bestimmt auch gespürt. Es war so, ich war noch im KSK und da war noch Wehrpflicht. Und dann habe ich gesagt, hier, pass auf, du musst nicht jetzt hier SRZ machen oder sonst irgendwas. Aber es ist Wehrpflicht und selbstverständlich gehst du zur Armee. Yes. War für ihn dann auch so. Und dann habe ich ihn von Kalf, oder Nagold habe ich gewohnt zu der Zeit, habe ich ihn dann nach Farel gebracht. Abgeliefert in der Kaserne, hat er sein Ding gemacht und da war ich zum Glück so unbekannt, dass das überhaupt nichts war. Also von daher kein Problem. Dann bin ich irgendwann 2007 nach Norddeutschland zurück. Ich denke mal, das wird auch nochmal ein Thema sein, warum ich jetzt nicht mehr in Kalf war zum Schluss. Yes. Und dann ist er auch versetzt worden nach Seedorf, wo ich hingekommen bin. Und das war natürlich so, dass ich dann schon dort schnell einen Namen hatte. Aber nicht als Rosenberg, sondern um Dienstgrad. Ich bin Oberstadtstädteübel, jetzt AD, Oberstadtstädteübel. Und zu der Zeit, 2007, war es sehr ungewöhnlich, dass der Stadtstädte den Boden noch berührt. Also man war dann quasi so ein Halbgott, war tierisch nervig die erste Zeit, also völlig unwichtig, welchen Dienstgrad du hast. Kann auch sein, dass ein Stabstädte vom Oberfeldhübel geführt wird, weil der halt erfahrener ist. Der Dienstgrad ist da, wir haben ein bisschen mehr Knete. Also völlig unwichtig. Aber in einer normalen Truppe ist man halt ein Halbgott. Das heißt, ständig kommt irgendein Soldat und grüßt und er muss aber zurückgrüßen. Und dann wollte ich mir schon einen zweiten Arm oder einen dritten Arm da zunehmen an die Mütze, weil das halt echt nervig war. Aber im Grunde genommen, die haben ja alles richtig gemacht. Aber es war halt echt nervig und ungewohnt. Und plötzlich hier alles richtig machen, Beine, die Hosen mussten wir so umschlagen bei der Bundeswehr, jetzt nicht mehr. Aber zu der Zeit, das haben wir natürlich, macht man das nicht. Jetzt macht das keiner mehr. Aber zu der Zeit war es auch so. Aber für meinen Sohn war das dann schon ein Ticken schwerer. Also der Sohn vom Oberstaber zu sein, wie gesagt, der Name war da noch eigentlich gar nichts. Das ist ein großer Fußstärfel. Ja. Aber er hat es wirklich gut hingekriegt. Hat ihm nicht geschadet? Ja, das war natürlich, ja, war, nee, hat ihn nicht geschadet, ist ein Ding. Und ich habe natürlich auch geholfen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich ihm das Leben leichter gemacht habe, sondern eher in der Beziehung, dass ich ihn so trainiert habe und versucht, ein Vorbild zu sein. Das meinte ich mit, das hat ihm nicht geschadet, ne? Also, das hat ihn Sperre gemacht, da wäre es wahrscheinlich dran gewachsen. Ja, ja. Rosi, wie ist jemand wie du eigentlich groß geworden? Ich bin St. Paulianer, Hamburg-St. Pauli. Sehr gut. Und ich habe da meine Jugend verbracht bis 14. Dann bin ich nach Neumünster. Dann habe ich da eine Lehre gemacht. Und das ist jetzt richtig witzig. Ich war Schuhmacher. So richtig altdeutsch. So alter Meister. So Maßschuhe und so ein Kram. Lustig. Ja, ja. Die Zielsetzung war eigentlich, ich wollte irgendwas lernen. Und ich habe damals Karate gemacht. Und das war für mich das Wichtigste. Ich wollte unbedingt meinen ersten Dahn machen. Und das ging dann nur in Neumünster. Also habe ich meinen Beruf so gewählt, dass ich meinen Sport weiter betreiben kann. Prioritäten waren klar. Ja, hundertprozentig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tobe mich jetzt mal vier Jahre bei der Armee aus. Und dann wollte ich Werbegrafiker werden. Das war mein Plan. Aber der Plan hatte Lücken. Weil dann habe ich festgestellt, dass das Armeetum mir viel, viel mehr liegt als zeichnet. Ich zeichne immer noch gerne ein bisschen jedenfalls. Aber ich bin dann dabei geblieben und habe gesagt, ja gut, dann mache ich acht Jahre. Und die erste Zeit war ich Panzergrenadier. Ganz normal hier Schütze, Richtschütze, dann Kommandant, junger Unteroffizier, war früher, heute ist er Hauptfeld, damals Unteroffizier. Wird mit so einem riesen Koffer denn da durch die Gegend und macht Dinge. Auf jeden Fall, dann habe ich weitergemacht, war auch nicht der Allerschlechteste, war dann nach einer Zeit Zugführer. Und dann ging das weiter. Ich war damals Springer-untauglich. Aha. Ich konnte mir aussuchen, bevor ich zur Armee ging, was will ich werden. Und dann als erstes Fallschmierer, dann Jäger und zur Not Panzergrenadier. Also was bin ich geworden? Panzergrenadier, super. Auch das hat nicht ganz so geklappt. War im Nachhinein aber richtig gut. Aber das habe ich nicht gewusst, weil ich bin eher so Kanonen in die Hand und ab in den Wald. Okay. So ein bisschen Belastung, das hat nie geschadet. Auch wenn es mal weh tut, hat mir eigentlich immer gefallen. Ist nicht jedermanns Sache, aber für mich war es was. So, und dann hatten wir so Unteroffizier-Wettkämpfe jedes Jahr. Und da war ich auch nicht der Allerschlechteste mit meiner Kompanie. Und dann hat der Kommandeur gesagt, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Und dann natürlich, ja, am liebsten würde ich falsch am Springer-Lehrgang machen. Dann musste ich nochmal eine ärztliche Untersuchung machen. Und in dieser ärztlichen Untersuchung wurde dann für einen Lehrgang festgestellt, dass ich dann doch springertauglich bin. Sehr gut. Ausnahmsweise. Und dann ist der Kommandeur weg. Und dann habe ich aber sofort Versetzungen zur Luftlandetruppe gemacht. Da war ich aber schon Hauptfeldübel. Und das war dann der Sprung. Allerdings von Norddeutschland gleich nach ganz Süddeutschland. Schwäbische Alb in Münsing. Einmal durchs komplette Land. Und wer Münsing mal sucht, dass es dann, wenn das der Arsch der Welt ist. Genau rechts erlebend, aus Münsing. An so einem Ort habe ich auch mal gewohnt. Hut ab, man hat es auch überlebt. However, schöne Gegend gewesen. Tolle Kameraden gehabt. Und da kam dann irgendwann die Information, dass in Kalf ein Kommandos Spezialkräfte aufgebaut wird. Noch überhaupt keine Ahnung. Aber das war dann so, eigentlich so mein Ding. So die Gerüchte damals. In welchem Jahr sind wir da gerade? 2005 kam die Information. Quatsch. 1995 kam die Information. 96 ging es dann los. Im Januar hatte ich meine Eignungsherstellung. Und dann ist natürlich der Schritt, wenn man mit der Auflösung der Brigade und die Brigade in Auftrag bekommt, das KSK aufzubauen, das ist natürlich dann, ist man ein bisschen dichter an der Information als normal. Okay. Und der General... Flurrung. Ja, natürlich. Und der General Schulz, der war ja der Brigadekommandeur von uns. Damals auch Oberst. Und dann ist der General geworden und der erste Kommandeur KSK. Und der kannte mich dann auch persönlich. Und wir haben uns auch ganz gut verstanden. Das war echt knallharter Infanterist. Ja, und dann... Der hat mir auch nochmal die Information gegeben. Und dann kam die Eignungsherstellung. Und dann waren wir Auge in Auge. Und da habe ich dann auch gesagt, ich will unbedingt in den Einsatzzug. Und hat auch geklappt. Ja, das war eigentlich der Werdegang. Dann habe ich meine elf Jahre KSK hinter mich gebracht. Wenn du noch Details wissen willst, machen wir später. Oh, ich habe so viele Fragen. Okay. Und dann kam irgendwann so der Entschluss meiner Frau. Wir hatten so einen Deal. Normalerweise ist der Deal im KSK, du machst sechs Jahre. Und nach sechs Jahren wirst du zurück in die Truppe versetzt. Aus meinen sechs Jahren wurden dann elf Jahre. Und nach zehn Jahren hatte meine Frau genug von Süddeutschland. Sie ist halt Hamburgerin und wollte auch unbedingt wieder zurück. Die Leiden eines Kommandos sind ja nicht groß. Das sind die körperlichen Leiden und so. Aber die Familie, die jetzt aus Norddeutschland in so einem Bereich kommt, der auch noch so abgekapselt ist, auch für die Familie im Übrigen, das ist natürlich sehr schwer. Ja, mein Hotspot war dann 158 Truppenübungsplatz-Tage. Also wir reden nicht von Einsätzen, sondern nur Truppenübungsplatz, wo ich dann halt die Scharfschützen und die Waffenfelder ausgebildet habe. Plus dann noch die Ausbildung für mich selber. Das heißt, man kann sich dann mal ausrechnen, wie oft man noch zu Hause ist. Das ist was bleiben da übrigens 30 Tage, 60 Tage? Ja, das ist nicht so viel. Und das heißt, die Ehefrau für einen Kommandosoldaten, die muss halt ganz, ganz viel managen, während ich da coolste Sachen mache. Und okay, das ist auch nicht so, dass es einfach ist, aber ich mache ja Sachen, die ich freiwillig mache. Mehr oder weniger. Aber schöne Sachen. Du hast Freude daran. Ja, und die Frau sieht dann zwar einen ausgelasteten Mann, aber sie muss halt alles alleine managen. Und dann nach zehn Jahren war dann die Versetzung. Und dann hatten wir einen neuen General gekriegt. Das war allerdings ein Vollidiot, der mir dann gesagt hat, Auge in Auge, ich bin ja nicht an die Versprechen meines Vorgängers gebunden. Und dann wurde meine Versetzung zurück nach Hause, nach Norddeutschland, dann abgelehnt. Und dann gab es auch eine kleine Ehekrise. Weil das war so ein Ding, da hätte ich nie mitgerechnet, dass ich noch hier einen Schlag ins Gesicht kriege von meinem eigenen Kommandeur. Aber ich würde auch nicht sagen, wie der heiße General Dieter. Auf jeden Fall, das war echt eine schlimme Sache für mich. Und dann kam aber ein neuer General und der war dann entsetzt, dass ein deutscher General sowas mit mir macht. Und der hat dann alles geregelt, dass alles von A bis Z seinen Weg geht. Und der Grund, warum ich dann halt zurück bin, weil es der Deal mit meiner Frau war. Und wenn ich meiner Frau was verspreche, dann halte ich es auch. So wie ich auch anderen, wenn ich was verspreche, das einen halte, natürlich die Ehefrau das Gleiche. War eine ganz, ganz schlimme Zeit, wieder zurückzugehen. Auf jeden Fall bin ich dann... Sekunde, das war eine schlimme Zeit für deine Frau oder für dich. Für mich. Also, wenn man so eine Kameraden hat, wie im Kommando, das ist halt eine... Auch wenn es jetzt gerade politisch negativ behaftet ist, aber das ist eine Bruderschaft. Und das ist auch genau richtig so. Und da lasse ich mir auch überhaupt nichts erzählen. Nein, wir müssen offen sein. Man kann nicht offen sein. Man ist in so einer Gemeinschaft, ist man natürlich auch rausgenommen. Also die Armee nimmt einen raus und die Politiker nehmen einen raus, weil wir ja Identitätsschutz haben. Das heißt, die ganzen Probleme, die wir haben, ich darf nicht über alles sprechen. Ich versuche... Guck mal, genau so. Wunderbar. Ansonsten, guck mal, hier ist so ein Arm dran. Ich bin ja so ein fauler Typ. Ich muss das immer mehrmals korrigieren, weil ich über den Tag immer kleiner werde bei den Sätzen. Ach so. Ich bemühe mich. Wenn ich etwas falsch mache, einfach sagen. Wie zum Beispiel der Gegenhau. Auf jeden Fall, dann ging es zurück nach Norddeutschland mit den Schwierigkeiten. Nämlich die Schwierigkeiten, dass man einen ganz, ganz großen Verlust hat. und das ist hier genau diese Gemeinschaft und die Gemeinschaft ist dann halt so schon, was ist denn, wenn man im Kommando ist und man trifft seine alten Kameraden wieder, die jetzt meinen originalen Namen noch kennen und dann trifft man die, man fliegt den Einsatz als Kommando und trifft dann einen von seiner alten Einheit. Und dann, wenn ich woanders bin, habe ich halt einen anderen Namen und neue Papiere und bla, bla, bla. Und jetzt trifft man aber die, die Bundeswehr ist ja nicht so groß. Ja, und jetzt muss man seine Kameraden belügen, also seine alten Kameraden belügen und das will man natürlich gar nicht. Und für den einen oder anderen ist das dann arrogant, wenn man dann sich halt so ein bisschen abseits bewegt, aber in Wirklichkeit ist es Selbstschutz. Ja. So, und das heißt, mit wem kann ich jetzt offen reden? Eigentlich nur mit meinen Kommandos. Und, und, und das ist halt so ein Ding, das, das ist ja gewollt von der Politik und auch von, von, von der Armee, aber es ist halt nicht einfach. so, und mit meinen Kameraden, denen, denen erzählt man natürlich auch Sachen, man liegt dann da vier Tage irgendwo im, im Schlamm, im OP, also Observation Post, Beobachtungsposten, auf Deutsch und, 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 und leidet dann da so vor sich rum und da hat man natürlich auch viel Zeit miteinander zu schnacken. Man spricht also über Sachen, die man nicht mit jedem anderen Zivilisten so jetzt besprechen würde. Und man erlebt wahrscheinlich Sachen, die man oft mit niemandem anders besprechen kann. Das ist auch richtig. Gar nicht verstehen. Ja, ja, ja. Ja, und dann natürlich, das ist aber noch viel schlimmer geworden, wo ich dann Fallschirmjäger wurde. Ich war ja, ich habe ja Einsätze gemacht mit einem Kommando, aber nachher als Fallschirmjäger auch. Also ich bin dann 2007 zurück in die Truppe und ganz, ganz witzig, den Job, den ich bekommen habe, ein Problem ist der Dienstgrad manchmal. Also ich war schon, erklär das. Ja, ich bin ein Oberstaatsverteidiger und es gibt natürlich nur wenig Oberstaatsverteidiger Stellen in der ganzen Bundeswehr. Ist halt der Spitzendienstgrad, heißt so. So und dann, wie will man das unterkriegen? Und dann vielleicht noch, by the way, so eine lustige Story und Ehrlichkeit. Der eine General, der letzte, dieser Top-Soldat von Butler heißt er, ein Hammer-Kamerad. Okay. So und wir sitzen dann zusammen und dann Herr Rosenberg, was, also das ist so, die schnacken einen anders an. Herr Rosenberg, was können wir denn für Sie tun und so? Wir suchen einen Posten. Also der wollte mir auch helfen und meine Familie. und dann sagt er zu mir, ja, ich habe was für Sie gefunden, S3, Feldwebel in Munster. Und dann rutscht mir so raus, oh Gott, auf keinen Fall, da muss ich ja richtig arbeiten. Ist mir so rausgerutscht, das tut man nicht mit dem General, also so spricht man mit dem nicht. Und er dann aber völlig geil reagiert dann. Ah ja, nee, da haben Sie recht, Herr W. weiter. Und dann gehe ich raus und, oh Gott, das habe ich gerade gemacht. Schwitz. Ja, aber es war, er weiß, was gemeint ist. Ich bin also, das kommt jetzt, wieder eine witzige Sache, in Seedorf, war ich auf dem Papier, Standort Feldwebel. Also ich war auch Standort Feldwebel. Und das ist auch so ein richtiger Sesselpuperjob. Okay. Auf dem Papier jedenfalls. Und da bin ich dann zurück und war natürlich grundsätzlich erstmal traurig, erstmal von den Wahnsinnigen weg zu den, zur normalen Truppe und dann das Schlimmste, dann noch hier ein Bürojob eigentlich. Okay. Aber es liegt ja auch manchmal dran, was macht man draus? Und der Kommandeur, der eine Kommandeur aus Seedorf, der mich rangeholt hat, der hat mir also auch persönlich gesagt, hier versuchen Sie das. Und dann haben die auch alle für mich gearbeitet. Das war ganz, ganz doll. Also die Armee ist doch beweglich. Egal, was die Zivilisten sagen, die ist beweglich. Die haben mir dann ein schönes Dankeschön gemacht, den Posten klar gemacht und der hatte eine klare Vorstellung, was ich mache. Also nicht so ein typischer Standortfeldwebel, der dann hier, mal ein bisschen sarkastisch, Parkmarken verteilt, sondern ich habe dann den Auftrag gehabt, die Infrastruktur für Ausbildung zu machen. Hat mich auch nicht ganz so befriedigt, aber daraus habe ich dann gemacht, ich habe dann einen Großteil der Schießausbildung übernommen in Seedorf, habe dann die Ausbildungseinrichtungen, so Übhäuser und so weiter konstruiert. Gibt es auch so Bundeswehrvideos von, da sieht man mich noch einen Ticken jünger. Okay. Also solche Sachen habe ich dann gemacht und dann war ich eigentlich auch so ausgelastet, dass ich sagen muss, durch die viele Arbeit und Sachen, die ich kann, war ich dann selbst bei den falschen Währten doch befriedigt. Aber man musste auch wirklich dafür arbeiten. Hat dann auch hier anderen Einheiten geholfen zu der Zeit, die auch was machen wollten. Wir waren dann die ersten mit der Catwalk, oder nicht die ersten, aber wir hatten eine richtig professionelle Catwalk-Anlage, die ist ein bisschen verrottet gerade, aber die haben wir dann hergestellt aus Truppenmitteln und, und, und. Also so tausend Kleinigkeiten. Ich springe mal rein, ein Catwalk ist für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen, für den einen oder anderen, der diesen Nischen-Podcast hört und weil er sich einfach nur verklickt hat und jetzt aber trotzdem dran geblieben ist, weil er sagt, das ist echt interessant, worüber ich mich. Der Catwalk ist ein Gerüst, über das man laufen kann. Da stehen dann meistens die Ausbilder oben drauf und unten drunter trainieren die Leute dann zum Beispiel das Thema Raumkampf oder, oder, oder. Und die Ausbilder und Instruktoren können von oben alles sehen, können die Leute direkt anschnauzen oder im besten Fall Verbesserungstipps geben. Habe ich das einigermaßen richtig auf die Kette gekriegt oder habe ich was vergessen? Nein, nein, nein. Absolut nicht einigermaßen. Das war genau richtig. Perfekt. Und schönen Dank. Also wenn ich jetzt in meinen normalen Werdegang hier und so weiter rumschnacke, dann ist natürlich, dass mir das eine oder andere Mal Fachausdrücke einfach so rausrutschen, weil es für mich um eine Sprache ist. Also genau richtig reingrätschen. Ich versuche mich normal verständlich zu artikulieren, aber das wird immer wieder rausrutschen. Das weiß ich jetzt schon. Du bist eingeladen, jeden Anglizismus, den du irgendwie kennst, zu benutzen. Wir haben eine Hörerschaft und Zuseherschaft, die es mittlerweile toleriert. Es gibt einzelne Leute, die haben sich so dermaßen darüber aufgeregt, die mussten wir dann leider stumm schalten. Aber ich glaube mittlerweile, habe ich alle aussortiert und ich glaube, die Leute, die jetzt noch zuhören, die kommen damit ganz klar. Rosi, ich habe mir, wir haben gestern Abend... Ich bin auch gleich zu Ende. Entschuldigung. 2007 bin ich dann nach Norddeutschland. Dann vor sechs Jahren bin ich dann pensioniert worden und seit meiner Pensionierung bin ich aber aktiver Reservist und trainiere eine Falsch-Milieger-Kompanie weiter. Und ich habe vor ungefähr 15 Jahren meine Firma aufgebaut und habe aber tatsächlich zu 90 Prozent nur Militär und Polizei habe die dann ausgebildet, einfach damit ich glücklich, weiter glücklich sein kann. Also das tun, was man am besten kann, gerade ausschießen. Die Ersatzdroge. Ja, vielleicht, weil ich keinen Alkohol trinke. Okay. Gut, auf jeden Fall, das habe ich dann aufgebaut, dann Pensionierung und ja, seitdem mache ich dann halt solche Sachen und mein allerletztes Projekt ist das Buch oder meine Bücher. Das ist ja, wenn ich alt genug werde, eins von sieben. Band eins, ne? Band eins, als ich das gesehen habe, war okay, gut, das ist schon mal ein Foreschallung für das, was kommt. Du hast es jetzt gerade eben selber weggenommen. Ziel sind sieben Bücher. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich so mit den Büchern, habe ich völlig unterschätzt. Ich habe mich auch Ewigkeiten dagegen gewehrt. Also tausend Leute wollten mich auch hier überreden und einer war stark genug, Dr. Jan, ein guter Freund von mir, der ging mir also so mal so, der hat mir richtig ins Gewissen geredet und immer wieder und er hat nicht nachgelassen und dann. Wie hat er dich überzeugt? Nur aus dem Resse. Weil andere werden es auch probiert haben. Man muss halt den richtigen Moment erwischen und den hat er dann irgendwann erwischt. Also erstmal hat er mich ständig und auch andere natürlich angesprochen, ich soll das machen und dann war nein, so viel Arbeit und ich bin lieber auf der Schießbahn und er hatte den richtigen Moment und dann habe ich es versprochen und ich habe schon gesagt, wenn ich etwas verspreche, deswegen verspreche ich nicht so viel, dann ziehe ich es auch durch. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass das so viel Arbeit ist. Wie viel Arbeit war es insgesamt? In Stunden kann man das gar nicht sagen. Also meine Frau hat auf jeden Fall auch gelitten oder auch nicht. Wenn ich dann am Schreiben bin, dann kann ich ihr schon mal nicht auf den Senkel gehen. Also ich kann auch gut nerven, wenn ich ohne ausgelastet bin. Das sagt sie mir dann auch immer. Herr Mann, geh schießen. Dann merkt sie schon, okay, ich gehe ihr auf den Senkel und dann, weil sie weiß, wie sie mich zu nehmen hat. Meine Frau sagt dasselbe manchmal zu mir. Das ist halt so. Geh arbeiten, mach irgendwas, was dich glücklich macht. Ja, ja, genau. Aber geh. Ja, ja. Nee, und in der Zeit war ich halt sehr, sehr viel bei mir oben in meinen, meine Waffen, Dienst, nee, Arbeitszimmer, in meinem Arbeitszimmer und habe dann da rumgeschrieben, also stundenlang und ich mache es auch so mit meinem Handy, wenn ich irgendeinen Einfall habe, dann tippe ich das gleich rein und ich schreibe auch nicht ein Buch für ein Buch, also nacheinander, sondern jetzt gerade das Soul-Drival habe ich schon weitergegeben, das wird jetzt gerade lesbar geschrieben, umgeschrieben. Ich bin halt Ausbilder, ich bin kein Autor im eigentlichen Sinne und genau, würde ich auch nie mich so betiteln. Ich habe das Buch geschrieben, aber so die Kleinigkeiten wie ich bin in meiner eigenen Welt, das ist natürlich auch so eine Sache und für mich ist alles normale Umgangssprache, aber für einen normalen Menschen natürlich wahrscheinlich nicht. Teilweise unkompetibel. Ja, auf jeden Fall und dann ist es auch richtig, dass dann irgendeiner das nochmal überliest, der Stefan Gliesche, das ist auch ein super Mensch, der kriegt das immer als allererstes. Den habe ich bestimmt auch schon ein paar Haare gekostet und der versucht, das dann auch schon mal auf Deutsch wieder zu übersetzen und dann kriegen wir das so hin und her, dann hin, dass dann, also inhaltlich ist das mein Ding, aber dass wir das in eine Ausdrucksweise bringen, dass auch einer, der nicht aktiver Soldat war, ich bin nun ein Soldat, und bilde auch Polizei aus, deswegen, ich kenne schon eine Menge Fachausdrücke von der Polizei, weil da habe ich auch zig Lehrgänge gemacht und dann natürlich auch viel ausgebildet, aber ich bin vom Herzen natürlich Soldat, immer noch. Naja, auf jeden Fall, ich schreibe jetzt gerade das zweite, wie gesagt, habe ich abgeschickt und jetzt kommt Urban Combat Team und dann nochmal Open Terrain und dann kommt eigentlich mein Buch, das ist der Day and Night Sniper. Aber das ist erst Band 5, das habe ich mit Absicht nach hinten gelegt, mich nicht erstmal komplett wegschreiben, sondern das ist dann so und dann kommt natürlich noch hier, mal gucken, ob Sörner mitspielt, hier 1000 Tipps für Infanterie, ich denke mal, den Titel wird er mir wegstreichen, weil ich schreibe auch gar nicht die Infanteristen an, sondern da sind so, das Buch zum Beispiel ist so ein Ding gewesen, immer wenn ich irgendwo im Ausland Kurse mache, dann sind so Sachen, meine Arte, wie ich Knoten mache, wie ich meine Ausrüstung anpasse, das ist für mich ganz normal. Und dann höre ich ganz so, Mensch, was für eine geile Idee ist das denn und so und wie machst du denn das und toll. Und dann ist mir irgendwann mal so ein bisschen der Kragen geplatzt, ich habe gedacht, Mensch, was für mich so normal ist, diese Tipps, weil man halt ständig draußen ist, die kann man ja auch mal weitergeben. Und dadurch, dass ich die Reflexion ja nicht nur von den Soldaten, also den soldatischen Spezialeinheiten, sondern auch von den von der Polizeilichen bekomme, will ich zwar, dass das so heißt, mal gucken, ob es rauskommt, aber die Tipps sind dann also nicht nur für die, also auch Outdoor-Menschen, und Survival-Tipps sind da drin. Wo setzt man sich im Flieger hin, weil man von A nach B fliegt, weil ich natürlich auch viele im Flieger rumreise und dann gebe ich einfach mal so die Tipps, die für mich normal sind, einfach mal weiter. Und da kommt echt eine Menge zusammen, was für mich normal ist. Und wir machen auch so zum Beispiel in meiner Kompanie muss ich mit meinem Chef wirklich zwei Jahre muss ich ihn bearbeiten, das heißt dann Soft-Routine. Wie nennt man das auf Deutsch? Das ist dann ein Biwak ohne taktische Lage. Okay. Habe ich von der britischen Armee mitgenommen. Da geht es dann einfach nur darum, die Bundeswehr machen das nicht gut. Also Soft-Routine ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Sache. Mein Chef, wie gesagt, ist auch alter Fallschirmjäger, hatte die ersten Jahre das gar nicht so gesehen. Dann habe ich das erste Mal durchgezogen, so ein Wochenende Soft-Routine. Mit allem, was dazugehört, sind auch Survival-Tipps dabei. Und da baut man sich so einen Shelter. Aber so, wie man Bock hat, man darf Radio anmachen, man kann mit Badelatschen da rumlaufen, man soll halt überleben und einsatzbereit bleiben. Das ist ziemlich genau die Szene, die auch gerade in YouTube ein absolutes Glow hinlegt. Denn das Thema Outdoor und Survival, wenn ich mir das mal angucke, so in die Reihe, das ist jetzt gerade ganz populär. Ist so. Aber es scheint es nicht erst seit heute zu geben, wenn ich jetzt gerade so zuhöre. Ja. Ja, wobei man muss sagen, wir uns als Fallschirmjäger oder ich früher Kommando, wenn wir jetzt über Survival sprechen, ganz, ganz viel von dem, was unser tägliches Leben ist, ist ja Survival. So. Und wenn ich jetzt hier so Survival-Kits mir anschaue, zivile Dinger, das ist ein Teil unserer normalen militärischen Ausrüstung. Das heißt, wenn du jetzt als Zivilunke hier so ein Survival-Kit machst und zusammenstellst oder wie Rüdiger Neberg damals, hier so ein Survival-Gürtel, dann muss ich sagen, das brauchst du als Infanterist nicht, weil ganz, ganz viel von dem Zeug, was die sich extra an dem Bild gehängt haben, das ist ja in unserer normalen Ausrüstung. Wir wirst ein bisschen hier Notkompass und so ein Kram. Oder wir machen auch Notkarten, die wir dann selber mit der Hand zeichnen, muss man die Jungs dann auch lernen. In Seedorf, in Kaif, lernt das jeder. Oder kam mit zur Weihkurs in damals Weingarten und auch später, das hat jeder gelernt auf Fohlendorf. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Als erstes wollte ich hier ganz kurz aufklären, wer Sören ist, weil Sören tatsächlich der Grund ist, dass wir überhaupt hier sitzen. Deswegen würde ich Sören gerne erwähnen. Lustigerweise einer der Namen, den wir oder einer der Stationen oder an Menschen, die wir beide kennen, uns aber trotzdem dort nicht über den Weg gelaufen sind. Ich kenne Sören auch seit, ich kenne Sören von der Zeit, bevor ich angefangen habe zu schießen eigentlich. Sören Sünkler. Sören Sünkler ist der Herausgeber und Vater der Kaisom. Das ist ein Heft in deutscher Sprache, was es seit vielen Jahren gibt. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren. Und er reist durch die Armeen, durch internationale Einheiten, berichtet über die, ist überall ein gern gesehener Gast, muss ein Netzwerk haben, was von kaum einem Menschen auf dieser Welt getoppt wird. Der Sören Sünkler. Also, wenn ihr das nächste Mal am Flughafen seid und ein Magazin seht, wo getarnte Menschen sich gerade fast ropen oder irgendwo ein richtig cooles Bild vorne auf dem Cover ist, dann ist das die Kaisom von Sören Sünkler und wenn ihr den unterstützen möchtet, dann kauft ihr ein Magazin, denn er hat nämlich auch einen eigenen Verlag, in dem er diese Sachen, Nach-und-Was-Bücher rausbringt, wo auch dein Buch erschienen ist. So, Sören. Den habe ich jetzt schon mal durch. Ja, der Sören, das ist wirklich auch eine Granate. Ja, auch schon gang dabei einfach. Ganz, ganz feiner Kerl. Und ich habe volles Vertrauen zu ihm, zum Beispiel jetzt hier, normalerweise als Autor, machst du ja dann mit, mit so einem Verlag, Verträge und so. Jetzt ist es kein Witz. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Wir haben überhaupt keinen Vertrag gemacht. Ich habe ihm das Ding geschrieben und dann sagt er, ja, du kriegst das und das, ja, ein paar Prozente. So, ja, dann ist das so. Ich mache es auch nicht für Geld, sondern da kommt für mich wenig raus, aber das ist völlig unwichtig. Ich schreibe mir das alles von der Seele und das ist das Ding. Aber ich will damit nur sagen, wir haben keinen Vertrag gemacht, das ist alles Handschlag, so wie sich das unter Soldaten, er war ja auch Soldat. Wie sich das eigentlich gehört, das gesprochene Wort ist wichtiger als das geschriebene Wort, das ist zivil, nicht so, weiß ich, aber wir haben das jetzt gelebt und auch praktisch durchgeführt. Jetzt letzten Mal haben wir uns telefoniert, wir wollen mal eine Abrechnung machen. Er sagte, ja, wir haben keinen Vertrag gemacht, aber wir können das so machen. Ja, mach das so und dann ist alles gut. Und das würde ich halt nicht mit jedem Menschen machen. Und bei Ihnen ist das so, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, ja, Anschlag und alles ist gut und dann, jetzt machen wir es einfach. es ist mit Sicherheit auch nicht der deutsche Weg mehr, aber mit Ihnen kann man das machen, so wie ich es auch mit Soldaten mache. Wenn ich dem was verspreche, der wird es eingehalten und er ist halt auch so, ne? Ich muss dazu sagen, ich finde das hochgradig spannend. Tatsächlich, ich mache diesen Karm jetzt irgendwie seit zehn Jahren, aber gerade die letzten Jahre waren für mich sehr einprägsam, weil ich, es ist eigentlich egal, aber wohin ich gegangen bin, die Leute aus dem Bereich, also aus diesem engen Zirkel von dem Bereich schießen, sei es jetzt Beamte, sei es jemand wie du oder sei es einfach nur Leute, die mit mir diesen Weg gehen, die sind alle durch die Bank gerade. Die sind dem alle nach dem Motto, du mach, was du gesagt hast und wenn jemand fragt, sag, was du gemacht hast und es funktioniert großartig. Es ist aber tatsächlich eher der Ausnahmemensch und nicht der Regelmensch. Ja, da habe ich versucht, die ganze Zeit auch Vorbild zu sein, auch in Seedorf. Also, ich hatte so eine lustige Situation mal mit so einem Kommunitruppführer, das ist also der für die Ausbildung verantwortliche Unteroffizier einer Kompanie. Ach, ich habe mal schön nochmal dargelegt, was Kommunitruppführer ist. Auf jeden Fall, der hat dann gefragt, ja, Rosi, kannst du eine Ausbildung machen, Schießausbildung für meine Unteroffiziere? Klar kann ich das machen. Dann haben wir aufgeschrieben, wann und wann das durchgeführt wird und so. Ja, alles klar, gut, wird so gemacht, Mittwoch, übernächste Woche sind wir dann um 8.30 Uhr auf dem Alpha-Stand und Schießstand der Bundeswehr und arbeitest ab. So, und dann kam er in der nächsten Woche an, ich habe dir das mal hingeschrieben, das müsstest du bitte unterschreiben, dass das dann durchgeführt wird. Was bist du denn für ein Arsch? Ich sehe zu, dass er aus meinem Dienstzimmer kommt. Ich habe es dir versprochen und das, was anderes läuft hier nicht. Thema durch. Das heißt, ich versuche auch zu leben, dass das gesprochene Wort höherwertig ist als das geschriebene. Ich weiß, dass das in der realen Welt so nicht ist, aber ich will das auf jeden Fall, dass das in meinem Bereich so ist. Das heißt, meine Kompanie, mein Chef, wenn wir irgendwas besprechen, ich will nicht sagen, dass ich alles richtig mache, auf gar keinen Fall. Jeder Mensch macht jeden Tag Fehler, ich auch. Aber ich versuche danach zu leben und dann meine Kameraden auch mitzuziehen, dass das dann auch mal wieder so in die Zivilbevölkerung so reingeht, dass diese preußische Ehrlichkeit, dass das dann auch was Normales wieder wird. Ich bin da vielleicht ein bisschen Einzelgänger, aber in meinem Nahbereich ziehe ich es durch. Mein Sohn lebt auch danach, aber immer mit dem Hinterkopf. Man muss halt aufpassen, weil die reale Welt da draußen ist nicht so. Aber wenn wir ein Stück die Welt besser machen können, dann tun wir es. Ich habe gemerkt, dass es, mir gefällt es sehr, was du sagst. Ich habe das mal gesagt, ich habe versucht, mich irgendwann einfach in meinem Inner Circle mich mit Leuten zu umgeben, die mich inspirieren. Ich habe aber auch gemerkt, man ist unwiderruflich, wird man zu einem Produkt von dem Menschen, mit dem man sich umgibt. Und es hat mir in letzter Zeit sehr geholfen, mich mit Leuten zu umgeben, die gerade raus sind, die ehrlich sind, die performant sind, die aber auch meinen Bullshit callen und mir sagen, pass auf Mo, ich liebe dich, aber das war scheiße, das war Mist. Und nicht erst beim Bier abends, sondern manchmal auch direkt in der Situation, wo ich es brauche. Hilft mir großartig. Du hast gesagt, das gesprochene Wort und das geschriebene Wort. Kommen wir mal ganz kurz zurück zum geschriebene Wort. Wir haben gestern ein gutes Stück Fleisch gegessen. Das stimmt. Ich habe gestern, ich war super aufgeregt, ich habe es ja auch gesagt, es ist kein Geheimnis. Ein Stück weit ist auch Sörens Schuld, weil ich hatte Sören gefragt, nachdem ich gesehen habe, dass du dieses Buch rausgebracht hast, und ich habe gesagt, können Sie mir vorstellen, dass der Rosi in den Podcast kommt? Ja, ich kann ihn fragen, der ist gerade da und da. Und dann hat er gesagt, ja, es läuft. So, und dann habe ich gesagt, Wahnsinn, du kommst. Und dann hat er mich einen Tag später angerufen und hat gesagt, du, Herr Moritz, aber ich muss dir sagen, beim Rosi, der ist alte Schule, mit dem musst du bitte vernünftig umgehen. Ich so, aha, was heißt denn das? Ja, also, so einfach, sei gerade, Pünktlichkeit, etc., mach was du sagst. Und ich so, okay. Dann hat er mich ein bisschen ins Spitzen gebracht. Gestern haben wir uns das erste Mal kennengelernt, ich habe mich direkt an der Türe disqualifiziert, das bleibt zwischen dir und mir, wie das passiert ist. Trotzdem hast du mir verziehen, hast mir trotzdem weiter zugehört. Das war auch nicht schlimm. Ich habe dir gestern in, ich, okay, dann erzähle ich es trotzdem. Ich kam rein, du saßt schon da, ich habe dich gesehen und ich wusste, dass ich mich irgendwann im Verlauf des Abends mit irgendwas irgendwie ins Fettnäpfchen setzen werde. Aber ich als Ungediente habe dich gesehen und meine erste, ich weiß nicht, warum ich es getan habe, ich habe im Eingang salutiert. Und das Erste, was du zu mir gesagt hast, war, hast du gerade einen Zivil salutiert? Und ich, okay, und dann fiel direkt alles auseinander. Ich habe gesagt, krass, schon verkackt, das hat echt nicht lange gedauert, Sekunde Null, also, okay, gut. Ich habe gestern tausend Fragen mitgebracht und wir haben uns abgeklopft oder ich, ich habe geguckt, okay, was bist du für ein Typ? Weil, wie gesagt, ich glaube, du bist in der Szene, in der Szene, ich sage jetzt nicht deutschlandweit, aber in der Szene, glaube ich, bist du der bekannteste Kommandosoldat. Du bist zumindest in zehn Jahren der Name, der in der Szene des Themas Schießausbildung, Waffenindustrie, Schießausbilder und Rüstung ist der Name, der weit, weit, weit häufiger gefallen ist als jeder andere. Deswegen war ich sehr aufgeregt. Eine Frage, die ich dir gestern gestellt habe, war, krass, dass du ein Sachbuch rausbringst. Das ist dein erstes Buch, was du geschrieben hast. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, viele Leute Interesse haben, dass du ein Buch im Sinne deiner Memoiren rausbringst. Hast du nicht gemacht? Nee, werde ich auf gar keinen Fall machen. Also das, was ich erlebt habe, das habe ich erlebt. Das Gute und das Schlechte und das Gute gebe ich auch gern weiter, aber waren natürlich auch nicht so schöne Sachen dabei, gefallene Kameraden, zermatschte Kameraden, also schwerst Verwundete. Das möchte ich gerne für mich behalten. Das ist so meine Privatsphäre, die ich, meine Frau weiß eine Menge, auch nicht alles, weil ich will sie auch nicht belasten mit Sachen, aber das sind Sachen, die sind intim, die bleiben bei mir und ich finde auch nicht, dass mein Lebenslauf jetzt so lesenswert ist. Deswegen, ich werde es auf gar keinen Fall machen. Was ich mache, und ich habe auch einmal gesagt, ich mache das, deswegen ziehe ich es auch durch, aber ich mache nur Fachbücher. Das nächste Ding ist ja, wie gesagt, das Soul-Rival oder Kamer-Rival. Das Ding ziehe ich durch und die anderen ziehe ich auch durch, wenn ich denn alt genug werde, weil das ist echt eine Menge Arbeit. However, das andere bleibt bei mir. Und wenn ich da mal so eine kleine Mini-Episode reinschreibe, dann ist das das, was ich auch preisgeben will und viele Sachen werde ich aber auf gar keinen Fall irgendeinen erzählen. Ich glaube, wenn man dieses Buch liest, kann man an ein paar Stellen zwischen den Zeilen lesen, denn Technik, Handhabung etc. es wird irgendwo herkommen. Es wird eine Summa aus der Erfahrung sein, die du gesammelt hast. Ja, und ich bin auch ein bisschen geprägt worden, unser erster General, General Schulz. Der hat dann bei uns geprägt, hier stille Profi und ich bin kein Freund von diesem ganzen Heldenkram. Wir Kommandos, wir machen unseren Auftrag, so gut wie wir können und auch als falsche, wir haben auch immer einen Auftrag so gut wie ich kann und dafür kriegen wir Geld und dann machen wir das, weil wir das mit Herzblut machen, aber mich jetzt da hinzustellen, ich bin so ein toller Typ, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Mein Chef weiß das auch. Ich will auch nicht so viel gelobt werden, deswegen zippere ich gerade so ein bisschen mit den Fingern rum. Wenn ich etwas gut mache, dann ist das für mich viel, viel mehr Lob und wenn meine Lanza sagen, hier, Rosi, tolles Ding, hat Spaß gebracht, ich bin weit vorangekommen, das ist so mein Lob. Wenn da so ein General vorbeikommt und sagt, Herr Rosenberg, das haben Sie ganz toll gemacht und ich weiß, dass er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was ich gemacht habe, was ist das für ein Lob? Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Was für ein Glück für die Community, mit der Community, die Leute fragen, wer ist eigentlich diese Community? Diese Community ist für mich jeder, der der moderne Waffenanwender ist für mich die Community. Das sind für mich die Leute, die unglaublich von deinem Buch profitieren. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Buch hat einen ganz klaren Fokus und der Fokus ist das Klima Kämpfen mit der Pistole. Wenn wir da reingucken, ich habe viele goldene Körner gefunden, reden wir auch gleich drüber. Das heißt aber nicht, dass der Sportschütze, der Jäger, nicht jeder, der auf die Pistole angewiesen ist, sei es beim Sport, sei es bei der Jagd oder bei der Behörde, nicht von diesem Buch in gleichermaßen lernen kann. Das Thema Handhabung, das Thema Sicherheit, Grundwissen etc. Das ist alles in diesem Buch, aber dieses Buch geht weiter als jedes andere Buch, was ich jemals in deutscher Sprache gelesen habe. Wirst du von ehemaligen oder von Bekannten aus deinem früheren Leben, wird man da schief angeguckt, wenn man so ein Buch schreibt und wie ist das so? Es ist unglaublich. Ich habe eigentlich eher so gedacht. Ich habe es versprochen, also ziehe ich es durch, habe ich ja schon mal erwähnt. Und ich habe jetzt so gedacht, oh, die SEKler, die werden vielleicht verspannt sein, wenn ich das da hinschreibe und so. Aber genau das Gegenteil. Also es ist so, dass die sagen, Mensch, endlich mal, das ist eine Hilfe. Und was ganz, ganz witzig ist, für mich, der eine, ein Polizeibeamter sagt, Mensch, das Geilste am Buch ist eigentlich diese Tipps fürs Training. Und der Nächste, Mensch, endlich habe ich verstanden, wie das Training, was ich mache, wie das jetzt in einen taktischen Kontext reinpasst. Und das heißt, ich kriege als Reflexion, also ich habe bisher noch nichts Negatives von irgendeinem gehört. Gut, Glückwunsch. Danke. Aber das Interessanteste ist für mich, wenn Sie sagen, warum? Kamen auch so Sachen, Mensch, geile Bilder. Das ist aber dann kein Lob für mich, sondern für Sören, weil der Mann hat eine Gabe. Das ist unglaublich. Dieses Buch hat sehr viele Bilder auch, muss man sagen. Das war Arbeit. Ja, ja. Und Sören hat sich durchgesetzt. Erst, ich wollte es ganz anders machen. Entschuldigung. Ich wollte es ganz anders machen. Ich bin eher so ein, ich habe ein mechanisches Gehirn und ich wollte so alles so aneinander rein. Habe ich dann auch gesagt, hier Bücher, die bisher geschrieben wurden, sind so und so. Okay. Und. DIN A4. Ja, ja. Nee, und dann habe ich dann gesagt, ich würde das gerne so und so und so und so. Er hat es so nicht gesagt, aber nach dem Motto bist du nicht ganz dicht. Ja, wir müssen das auch so ein bisschen künstlerisch machen. Finde ich ganz gut. Das sagen alle. Also zum Glück habe ich mich nicht durchgesetzt, weil das war sein Part. Der Schriftpart ist meins. Ich musste natürlich auch die Bilder dann entsprechend betiteln und zuordnen und so. Das war mein Job. Aber er hat sich durchgesetzt mit der Art, wie das jetzt so grafisch dargestellt wird. Also die Grafe habe ich auch selbst gemacht, aber die Bilder und die Anordnung, dieses neugierig machen, dass also nicht direkt zum Kapitel immer das Bild direkt hingehauen wird, sondern man blättert so durch, bleibt irgendwo hängen. Dann ist man hoffentlich neugierig und liest nochmal den Inhalt zu diesem Bild. Das war seine Idee. Nochmal, ich hätte es so nicht gemacht, mich ansches Gehirn. Aber er hat sich so durchgesetzt und das kommt wohl auch sehr gut an. Und da hat sich die Erfahrung von Sören bewährt. Auf jeden Fall. Ich habe Sören damals kennengelernt, da haben wir auch Bilder gemacht. Das Ding ist, es gab in der KI-Sommen immer hinten drin gab es so Produkttests etc. Da hat immer jemand gesucht, der einen Rucksack anzieht und so. Und dann waren wir natürlich einfach damals als Gruppe unglaublich stolz. Meine Güte, du kommst in die KI-Sommen. Selbst da hat Sören schon von so Lappen wie uns großartige Bilder gemacht. Ich bin sicher, jeder hat die auch immer noch irgendwo am Kühlschrank hängen. Bei dem Thema Sachbuch. Ich habe nachher noch ganz viele Fragen zu deiner Zeit bei den Kräften. Aber jetzt sind wir gerade bei dem Buch. Jetzt ziehen wir uns mal vor. Also für alle die Leute, die sagen, ja, aber gibt es nicht noch Fragen zu seiner Zeit als Kommando? Wir reden natürlich nicht über die Einsätze, aber mich interessieren ein paar Sachen Trainingsansätze, wie das damals so war und so. Diese Fragen, bleib dran, die schleppe ich jetzt alle mal nach hinten. Wir fangen jetzt mit dem Buch nach vorne an. Kannst du zeitlich einordnen von dem ersten Gedanken, okay, ich schreibe dieses Buch, ich habe diese Versprechen gegeben, zu, du hältst dieses Buch in den Händen. Erstmal nur vom Zeitlichen, nicht wie viel Arbeitsstunden, ist das ein Monat, sind das acht Jahre? Zwei Jahre haben wir gebraucht. Ja. Und gerade beim ersten Buch ist natürlich so, es ist für mich tausendmal einfacher, eine Ausbildung zu machen. Ich mache Ausbildungspläne, wenn ich jetzt zu einer irgendeiner Einheit gehe, dann sage ich, was ist das Thema? Und dann mache ich dann einen vorläufigen Ausbildungsplan und dann schicke ich das hin und dann sagen die, Mensch, coole Sache, ziehen wir durch oder können wir das Thema noch mit reinkriegen? Dann sage ich, nee, das wäre zu viel, müssen wir was anderes rausnehmen. Also das ist immer so ein Hin und Her. Weil so ein Buch gibt es kein Hin und Her. Das heißt, ich muss mir für ein Buch ganz andere Gedanken machen. Das war für mich jetzt neu. Die Struktur eines Buches ist so anders als Ausbildung. Das habe ich alles nicht gewusst. Ich lese auch gerne viel, aber deswegen weiß ich auch ganz viele Bücher, die nicht gut sind. Ich bin sicher, du hast eine große Bibliothek. Und auf jeden Fall muss ich sagen, ich werde auf gar keinen Fall irgendwas kopieren. Ich habe jetzt hier mein Ding durchgezogen. Ich mache das dann eigentlich wie bei einer Ausbildung. Deswegen hat es zwei Jahre gedauert. Unheimlich oft, nee, das ist unlogisch, wenn ich das jetzt zu Papier bringe, muss die Reihenfolge, das, das, das. Das muss da rein, das darf noch nicht rein, weil das wird ja hinten erst beschrieben und, und, und. Das sieht jetzt alles so locker aus. Aber wenn man vor ein Projekt steht, was so noch keiner geschrieben hat, dann, dann ist das wirklich eine Menge Arbeit mit die, die ich völlig unterschätzt habe. Und das heißt, die Kapitel sind auch tausendmal hin und her geschoben worden. Ich hatte jetzt gerade eine Kritik, die fand ich sehr, sehr lustig, wobei ich das mit Absicht gemacht habe. Im Buch schreibe ich dann sie und ab und zu gehe ich in das Du, das habe ich aber ganz bewusst gemacht, wo ich dann in die Seele eines Menschen, also die anspreche oder ganz allgemeine Dinger. Das fand der jetzt nicht so toll, aber das ist dann auch mein Ding. Das ist mein Buch und, 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 und. Ich kann mich da widerspiegeln. Wenn wir eine zweite Auflage machen, werde ich vielleicht Sachen etwas abändern, weil natürlich, weil andere kommen dann natürlich auch mit Reflexionen. und das war zu intensiv oder, Mensch, da ein bisschen in die Tiefe noch rein, solche Sachen kommen, aber vielleicht irgendwann, bisher habe ich es noch nicht gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann mal kommt an den Kritiken. Ich höre mir das alles an und, 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 selbstverständlich ist das so ein Jäger, für den ist einiges unverständlich. Nun kann ich allerdings sagen, ich bin Sportschütze, ich bin Jäger, ich bin polizeilich ausgebildet, ich bin militärisch ausgebildet. Und das ist das ganz große Glück, was ich habe. Ich bin immer noch aktiv draußen. Also wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, bin ich in der Schlammzone mit meinen Kriegern. Letzte Woche Fast Trubbing, auch mit 61 kann man noch runterglitschen. Das, das tue ich halt und, und, deswegen habe ich das ganz große Glück, dass ich auch Sachen in der Praxis oder aus der Praxis schreiben kann. Und ganz, ganz viele Autoren, die schreiben da was hin und haben es selber noch nie gemacht. Alles, was da drin steht, habe ich gemacht. Das heißt, du hast viele Brillen. Also du hast dieses Thema durch viele Brillen gesehen, durch die Sportschützen, durch den Jäger, durch den Einsatzschützen. Polizeilich und militärisch, ja. Und ich bilde auch Personenschützer aus, also von da habe ich dann auch noch was. Ich bin auch hier bei KIPA, wo du warst. Bin ich auch Master Instructor für Verteidigungsschießen und so ein Kram. Hab ein bisschen Messerkampf gemacht, aber was war da der Hintergrund? Der Hintergrund war nicht, dass ich jetzt sehr große Messerkämpfer werden will, sondern ich muss mich ausbilden lassen von einem richtig tollen Menschen. Der Tobi, der hat mich abgebückt. Den habe ich vorher trainiert in Schießen und dann kann ich dir mal was Gutes tun. Das ist ja klar, bring mir Messerkampf bei. Aber nochmal, der Hintergrund war nicht, dass ich jetzt Messerkämpfer bin, sondern mehr Argumente zu haben, warum ich so ausbilde, wie ich ausbilde. Schnittmengen kennen. Ja, das passt gleich doppelt, ja. Ach so. Messerkämpfer und Schnittmenge. Also peinlich, dass ich den nicht gesehen habe. Aber ich. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, letztes Jahr mich dem Thema Raumkampf zu widmen. Vorher habe ich mich viel dem Thema Carshhooting gewidmet. Und die Leute fragen mich, warum lernst du das? Du gehst wieder irgendwo rein, du musst keinen Raum aufschneiden, du musst auch über keine Motorhaube schießen. Das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass ich das machen muss. Das Ziel ist, ich möchte das in Grundzügen, die Techniken verstehen. Und ich möchte verstehen, wie Situation sich auf Handhabung auswirkt und diese verändern kann. Das ist lustigerweise auch ein Riesenteil in diesem Buch. Du hast es wirklich vollumfänglich abgelangt. Damit ich am Ende Schnittmengen nach links und rechts bilden kann. Damit ich den Leuten sagen kann, schau dir an, jetzt, also Beispiel, lustigerweise auch ein goldenes Korn, was ich bei dir gefunden habe. Okay. Arbeitsposition, Bereitschaftsposition, das Thema Suhl oder zum Beispiel Tempelindex. Wie verändern sich diese Sachen einfach nur im Kontext zu, wie stehe ich zu meinen Leuten oder wie stehe ich zu Barrikaden? Wie verändert sich das? Und das finde ich, als ich dieses Buch gesehen habe, hat mich so begeistert. Ich selber aus meiner ganz kleinen Brille habe es gemerkt, wenn ich ihr Leuten etwas zeige, ich mache mich komplett nackig, denn jede Warum-Frage kann zu jeder Zeit kommen. Und ich möchte eine Antwort darauf haben. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich keine Antwort darauf habe, dann sollte ich die Sachen nicht ausbilden, denn ich habe irgendwo einen weißen Fleck und der muss gefüllt werden. Das geht in Eins-zu-eins-Situationen immer ganz gut. Ich kann immer sagen, ja, aber, hör mal und kann mich auf ein Gespräch ändern. Ein Buch ist ein Kommunikationsweg. Das hat nur einen Kommunikationsweg. Ich lese das, wenn ich eine Frage habe und auf der Seite vorher oder auf der Seite nachher nicht die Antwort da ist, dann könnte man schnell meinen, dass die Leute sagen, naja, aber das stimmt ja nicht, da fehlt ja was. Das ist aber genau das Ding, was das so unheimlich kompliziert macht. Ich habe das ja nicht gelernt, Autor zu sein. Kann man auch lernen. Ich habe es nicht gelernt und das heißt, ich musste jetzt wirklich beim ersten Buch diese zwei Jahre tatsächlich, die brauchte ich auch. Einfach dieses, nein, das ist in sich nicht schlüssig. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann muss das auch schlüssig sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Unterrichte mache, habe ich ja die große Chance, ich schaue mir die Students, den schaue ich in die Augen und wenn ich dann da 20 Mann sitzen habe und ich habe 20 Fragezeichen, dann sind das ja nicht doofe Leute, sondern ich habe schlecht ausgebildet. Und da, dann wird der nächste Unterricht mit Sicherheit nicht genauso sein, wie der hier, weil ich dann festgestellt habe, der Mangel ist natürlich immer beim, fast immer beim Ausbilder. Es gibt auch doofe Menschen, das ist nicht die Frage. Aber die Jungs, die vor mir sitzen, sind natürlich schon mal auf Intelligenz überprüft. Und wenn die dann, wenn ich jetzt irgendwas schule und sie verstehen es nicht, dann liegt das immer am Ausbilder. Und dieses sich selber hinterfragen, das ist natürlich in der Ausbildung viel, viel einfacher, als wenn ich es hingeschrieben habe. Und dieses Hinschreiben, das ist halt eine, es ist ewig. Ich sage dir was, es ist auch einfach, aus einer Brille zu gucken, mir als jemand, der no skin in the game hat, also der nicht, keine Aktien in diesem Ding hat. Es ist einfach, mir etwas anzugucken und dann anfangen rum zu kritisieren. Es ist auch einfach, sich Sachen anzugucken, die jemand gebaut hat und zu sagen, naja, klar, das könnte ich auch, weil diese Sache gibt es plötzlich schon. Aber wenn wir etwas schaffen, ich kenne das zum Beispiel aus dem ganzen filmischen Prozess, das heißt, wenn ich etwas baue, was es vorher noch nicht gab und ich mir den Urvater dieses Ding, natürlich habe ich Inspiration von links und rechts, aber ich muss das Brett erstmal bohren. Und wenn ich es dann gebohrt habe, dann ist es für jeden Außen einfacher zu sagen, ja, aber guck mal, da ist es, da hat es anders machen können oder überleg doch mal die Gliederung. Aber vorher steht nichts. Man fängt mit einem weißen Blatt an, wenn man nicht etwas kopiert. Den Anspruch habe ich eigentlich auch. Ich habe natürlich, ich bin ja auch mal ausgebildet worden von verschiedenen Ausbildern, richtig tolle Leute, ich nenne keinen Namen, aber auch verschiedene Einheiten, wo ich war, beim SAS, bei der GSG 9 und so weiter. Tolle Leute und natürlich habe ich auch daraus ganz viel genommen. Aber ich beanspruche immer für mich, dass ich eigentlich nicht 1-1 gehe, sondern was da drin steht, das ist jetzt die Erfahrung, die ich draußen gemacht habe oder bei der Ausbildung. Und deswegen, der eine oder andere, der geht nicht meinen Weg. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nur weil das da steht und was da drin steht, ist richtig, heißt das ja nicht, dass ich allumfassend die Richtigkeit gebucht habe. Das heißt, je älter der Ausbilder ist, desto mehr erkennst du natürlich auch, neben meinen richtig, gibt es auch anderes richtig. Ich hatte jetzt hier eine Riesendiskussion noch mit dem Stand und bla bla bla. Bin ich aber, bin ich ganz klar der Meinung, das ist richtig, weil andere Einheiten machen das. Und wenn die erfolgreich sind, ist das so, dass die Sache die ist, es kann nicht falsch sein, wenn sie erfolgreich sind. Auch wenn es nicht mein Weg ist. Ich gehe meinen Weg, weil ich natürlich dann Students habe, die ich innerhalb meiner Zeit halt besser machen muss. Das ist mein Anspruch. Auch die Einheiten, die brauchen nicht sagen, wie toll das war. Ich sehe ja, wie sie vorher waren. Ich mache meist eine Lerngruppenanalyse. Hört sich jetzt ganz wichtig an, aber gucken, wie gut sie sind. Und diese Lerngruppenanalyse, die nutze ich natürlich dann auch, wie ich das im Detail methodisch aufbaue. Also ich habe dann meinen Ausbildungsplan zum Beispiel hergestellt und erstellt und jetzt stelle ich fest, oha, der Abholpunkt, die sind viel besser oder auch schlechter. So, und dann muss ich natürlich meinen Ausbildungsplan nochmal aktuell anpassen. Das alles habe ich natürlich im Buch, diese Chance habe ich ja nicht. Aber was da jetzt halt ist, all das, was da drin steht, ist erprobt. Validiert, ja. Ja. Rosi, du hast jetzt gerade eben mal andere Einheiten angesprochen. Die GSG 9, Tutu SRS, die Deltas und, und, und. Du bist 96 ins KSK gekommen. Und was viele vielleicht nicht wissen oder was vielleicht alle wissen, aber ich nicht wusste, bis ich meine Recherche gemacht habe, das KSK ist 96, ist gebildet worden. Das bedeutet, du bist, ich nehme mal an, dein Soldatenherz wird irgendwie höher geschlagen haben, als es dann hieß, ist alles klar, du kriegst die Chance zu dieser Einheit, die zu dem Zeitpunkt neu gebaut wurde, daran teilzunehmen. Und, ähm, das Wissen kam, oder das initiale Wissen kam, woher? Von diesen Einheiten? Auf jeden Fall. Also die, die, wenn eine, ein Verband neu aufgebaut wird, dann gibt es natürlich keine erfahrenen Kommandos. Ähm, HSK-Kommandos, muss ich sagen. Und, ähm, die ersten von uns waren halt Leute, da war ich nicht bei. Wie gesagt, ich bin erst 96, davor war ich Zugführer Fallschirmpanserabwehr. Ähm, das waren halt hier, wir hatten sogenannte Kommandokompanien. In jeder, äh, in jeder, in jeder Brigade war eine Kompanie, die hießen dann Kommandokompanie, äh, B2. Und, ähm, da war auch zum Beispiel der Henning Hoffmann. Hast du mir erzählt, du hast auch schon eine Schulung bei denen gemacht. Ich hab viel gelernt. Henning Hoffmann von, äh, Akademie, äh, 0500. Ja, genau. Und der war, äh, in dieser, in dieser Kommandokompanie, der war also nicht im KSK als Operator, aber in diesen Kompanien, da war Operator, hat da natürlich auch eine Menge mitgenommen. Aber unsere ersten, äh, Truppführer, das waren alles Truppführer und, äh, Führer von diesen Kommandokompanien. Und die sind dann vor Aufstellung des KSK sind die rumgereist, haben sich überall Sachen angeschaut und, und, und. Und dann, äh, hatte ich meine Eignungsverstellung im Januar gemacht und, ähm, noch vor der GSG9 und, äh, nach meiner Eignungsverstellung kamen wir dann in so ein Gremium und dann hab ich ja ganz klar gesagt, wo ich hin will. Also ich will nicht irgendwo ins Kommando, sondern ich wollte unbedingt in diesen Einsatzzug. Weil mir völlig klar war, der Einsatzzug, der erste, so hieß es halt, der allererste Zug, der im April bedingt einsatzbereit melden musste, der wird alle geilen Sachen machen. GSG9 aus erster Hand, äh, SAS erster Hand und so. Und, äh, völlig klar, wir werden nicht alle nach England schicken. Ich grinse bei dem Gedanken, dass du dann in der Position warst, so dass krass, ich kriege dieses ganze Wissen eingetankt aus erster Hand. Ja, das, das ist ein, also eine ganz tolle Zeit, war alles anstrengend, das ist keine Frage, aber es war halt toll. Wir haben natürlich auch viele Sachen gelernt, die wir nie wieder brauchen, aber das, das Tolle ist halt, alles aus erster Hand, ähm, heißt dann, ich habe dann eine riesige Toolbox und aus dieser Toolbox konnte ich mir denn das, oder konnten wir uns denn das, äh, rausholen, was wir brauchen. Und das ist, äh, schon einigen Privileg, uns haben sie überall hingejagt, ja, es ist anstrengend, ich habe drei Lehrgänge, Scharfschritt-Lehrgänge in Israel, bei, bei, bei der Special Force, den Sniper-Kurs, den SOTIC habe ich gemacht und so weiter. Ja, uns hat man halt überall hingejagt, damit wir irgendwie komprimiert alles rankriegen und daraus haben wir dann unsere ersten Taktiken kreiert, also wir haben auch da nicht kopiert, weil Bundeswehr ist Bundeswehr und, 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 die anderen Spezialeinheiten, die haben natürlich auch alles gemacht für ihr Land in erster Linie und wir haben dann erstmal für Deutschland das gemacht, dann haben wir irgendwann festgestellt, wenn wir dann doch wieder international arbeiten, dann müssen wir noch viel, viel mehr machen. Wir dachten also 96, dass wir ja schon nicht schlecht sind, wir waren auch gut, aber wenn ich heute darüber nachdenke, wie wir unser Ausbildungsstand von damals, auch mit der Ausrüstung und dann heute betrachte, was der Kommando-Feldwebel bekommt, dann ist das mal eine ganz andere Welt. Also wir haben mit Sicherheit viele Sachen gemacht, die würde heute keiner mehr machen. Wie, kannst du dich noch daran erinnern, wie das, wie das gewesen sein muss? Du kommst von der, der von, also du kommst von, oder du kommst plötzlich in die Champions League, ne, aus der Augen, aus den Augen eines Fans gesprochen. Jetzt siehst du all diese Leute, die alle schon Wissen kumuliert haben, jetzt stehst du vor denen, die bringen dir was bei. Wie groß, wie hast, weißt du noch, wie du die Leute wahrgenommen hast? Waren das für dich, also, waren das für dich krasse Typen oder hast du gesagt, also jetzt zeig ich erstmal, was du kannst oder wie, wie war das? Und vor allen Dingen, wie haben, wie sind die mit euch umgegangen? Ja, gute Frage eigentlich. Wir hatten dann zwei Monate Zeit, uns zu trainieren. Wir haben geschossen, also unglaublich. Also jeder, wenn ich da heute über Nacht denke, das war alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber da war echt viel Blödsinn bei. Ich konnte die Pistole beispielsweise greifen, wie ich wollte, hauptsächlich ich lochte in meine Scheibe so, wie es sein muss. Und das war alles gar nicht so wichtig. Ich konnte mich eigentlich auch noch hinstellen, jeder konnte, wie er wollte. Und wir mussten natürlich auch Schießtests zig Stück machen und den habe ich auch erfüllt. Und dann kamen wir zu GSG 9 und kann ich nur sagen, die heißen im Übrigen auch Kameraden. Okay. Ganz tolle Kameraden, das sind Profis, auf die lasse ich überhaupt nichts kommen. Die waren auch viel bei mir, die Scharfschützen und als Dankeschön, das können wir wirklich tun. Ich sage, ich will Pritz, Schützenführer, den Lehrgang machen. Ja, kannst du machen. Aber als ganz normaler Lanza unten, das geht nicht, Rosi. Doch, das geht. Ich will nichts geschenkt kriegen. Ich will aus der Schlammzone alles miterleben und mich genauso behandeln wie die anderen auch. Da waren auch internationale bei. Ja, nee. Ich will ganz normal alles da unten machen. Bei den ersten CT-Kurs, die sechs Wochen bei der Gruppe, die super kameradschaftlich, die haben ihr Ding durchgezogen. Wir mussten ja Teile der Ereignisfeststellung auch machen. Die haben wir uns natürlich auch abgecheckt und das ist auch alles völlig korrekt. Aber solche Profis, so kameradschaftlich, wie die sind, also das, dieser Mythos, den die GSG9 hat, kann ich nur sagen, einige Krieger kennen mich natürlich noch. Schönen Dank nochmal dafür. Da habe ich viel sehen müssen, wie sie miteinander umgehen. Man kann hart sein und freundlich, das ist möglich. Also das haben wir von denen mitgenommen, ganz, ganz viel. Das ist eine großartige Herangehensweise übrigens. Ja, die sind toll. Und dann sind wir dann wieder zurück in den eigenen Standort, haben dann noch ein bisschen wieder weiter trainiert, haben dann die Taktik so ein bisschen angepasst, aber es ist halt sehr viel polizeilich, allerdings Hardcore-Polizei. Danach sind wir dann zum SAS und die haben eine ganz andere Herangehensweise. Auch die Umgangssprache bei denen ist auch herzlich, aber eher hart und herzlich. Super Profis. Also vom SAS, falls hier einer zuhört von denen, genau das Gleiche. Hammer Kameraden, mit Herzblut waren die dabei, uns besser zu machen. Wir waren keine Konkurrenz für die, sondern wir waren Kameraden. Uns Deutsche, habe ich noch so gedacht, oh England, so reingeschichtlich, haben wir uns mal nicht mit Ruhm bekleckert gegenüber den Briten. Auf jeden Fall ganz anderer Schnack. Nein, überhaupt kein Problem, dass deutsche Soldaten jetzt von den Englandern oder vom SAS ausgebildet werden. Ich war auch mit den Paras zusammen, da habe ich in Belize ja Dschungelkampf gemacht. Die waren eher noch ein bisschen verspannter und reservierter uns gegenüber, aber die SAS-Fritzen kann ich nur sagen, Hammer. Der SAS ist der Special Air Service. Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen, das ist die, ich würde sagen, oder sie gilt als Mutter aller Spezialeinheiten oder als Blueprint. Ist das richtig oder ist das eigentlich ein falscher Ansatz? Unbedingt. Also wenn man sieht, was die in Nordafrika gemacht haben, die hatten ja da die Long-Range-Patrols schon unterwegs gehabt, die noch nicht SAS waren und dann kamen die dazu und Sterling, der erste Kommandeur von denen, der muss ein Brainy gewesen sein. Der hat also Taktiken erfunden, die heute noch Gültigkeit haben. Also wenn ich jetzt mit meinen Jungs hier Aufklärung mobil mache, also Mobility, kann mit Mobility heißt das denn und dann kannst du das als die, ähm, die A. Sorry, das geht schon wieder. Ähm, die A. Mich kannst du nicht ansehen, also kann mit Mobility ist... Kann mit Mobility ist einfach fahren mit einem Auto mit einem MG drauf und, und tu Dinge und die A's sind Direct Action, das sind dann zum Beispiel Handstreich-Hinterhalte haben die dann gemacht gegen die Deutschen in Nordafrika und die ganze Art, wie sie arbeiten mit dem Mothership und so, das haben die halt im Zweiten Weltkrieg erfunden, wie man sowas richtig durchzieht auf dieser Ebene und das hat heute noch Gültigkeit, das ist völlig irre und das habe ich dann mit meiner Kompanie dann halt auch gemacht, wo ich nicht mehr im Kalt war und, und, und denen erklärt, wie man sowas durchziehen kann. Dann waren wir zig Tage irgendwo auf einen Truppenübungsplatz im Nichts und haben dann unser Ding so durchgezogen, wie die das schon 1940 gemacht haben. Das ist also unglaublich und dieses, die haben eine Eignungsverstellung, die ist auch wirklich sehr anspruchsvoll und das mal vorsichtig auszudrücken, wenn die aber in der Ausbildung sind, wie die sich um ihre Soldaten kümmern, immer noch hart, keine Frage, aber, sorry für den Ausdruck, aber wir kennen bei der Bundeswehr immer noch sowas wie Dummfick und sowas findet man beim SRS überhaupt nicht. Die haben ihre Zeit, in der Zeit müssen sie jemanden besser machen und die Ausbilder von denen, das sind einfach richtige Profis, also die, die haben uns auch hart herangenommen, aber zu keiner Zeit war irgendeine unnötige Sache dabei. Es war alles zielgerichtet für den Auftrag Geiselbefreiung, das war das Hauptthema, CT bei denen, für uns und das haben sie so zielgerichtet durchgezogen, methodisch, didaktisch, auf höchster Ebene, also vor denen muss ich sagen, da habe ich eine Menge mitgenommen, wie man professionell rangeht an eine Sache und man muss nicht einen niedermachen, um ihn wieder aufzubauen, bei den falschen Möglichkeiten muss man es manchmal doch machen, aber im Allgemeinen bei Spezialkräften macht das gar keinen Sinn, weil jeder geht ja so und so an seine Grenzen, ohne Frage. Weil es derselbe Typ Mensch ist? Ja. Ist es derselbe Typ Mensch über alle Länder verteilt? Also ist es derselbe Archetyp von Mensch, der in diesen Einheiten kommt? Naja, es ist natürlich auch so ein bisschen charakterlich, witzige Sache beim SRS war dann, warum sie uns so cool finden und dann kommen die an, das würden wir Deutsche über uns natürlich nie sagen, die sagen, Mensch, ihr seid so coole Typen, allein schon wegen eurer Vergangenheit, der beste Soldat der Welt war der deutsche Infanterist im Zweiten Weltkrieg und ich meine Ohren zugehalten, weil darf ich ja nicht hören? Also jetzt spitz ich natürlich auch ein bisschen und dann kommen sie die Sprache. Ich mag das übrigens als Stilmittel, Übertreibung zur Veranschaulichung, deswegen halte ich bei mir da nicht zurück. nee, und dann das zweite, was sie so toll finden, unsere Sprache auch nicht. Ja, unsere Sprache. Das ist heftig. Ja, und dann sagen sie, ja, wenn wir uns normal unterhalten, dann ist das wie eine Kommandosprache und ich sehe das ja gar nicht so, weil so reden wir und die mögen halt die Franzosen nicht so, weil die haben so eine spule Sprache und dann, oh, das will ich alles gar nicht hören hier, aber das sind so Sachen, wo die ganz offen rangehen und die sind auch super ehrlich, also wenn man Scheiße baut, du hast Scheiße gebaut und dann wird da nicht rumgeschnackt, so ein bisschen polizeilich ist ja alles ein bisschen manchmal zu freundlich und Drillausbildung und die ziehen es halt durch, ne? Und wenn man selber diesen Charakter hat, deswegen mit den Briten kann ich nur sagen, bin ich absolut d'accord. Oh, oh. Auf jeden Fall, das passt und dann gibt es halt einige Einheiten und die sind völlig anders, ne? Also die Art, wie sie es durchziehen, also wenn du jetzt fragst, sind die alle gleich? Nein, sind nicht alle gleich, aber eine Sache haben wir, die Spitzerkräfte im Allgemeinen, jeder will seine Höchstleistung auch zeigen vor seinen Kameraden. So, und wenn man jetzt fragt, in Afghanistan, für wen habe ich gekämpft, und jetzt bin ich hier ganz ehrlich und oute mich vielleicht, aber ich habe nicht für die Afghanen in erster Linie gekämpft, sondern für meine Kameraden und in zweiter Linie und ich will auch alles richtig machen und das ist auch der Sinn des Ganzen gewesen, das ist auch nicht die Frage, aber wirklich mein Leben habe ich riskiert für meine Kameraden und nicht für irgendjemand anders, den ich gar nicht kenne. Mein Auftrag ist keine Frage, ist ganz weit oben, aber mein Leben riskiere ich in erster Linie für meine Kameraden, ohne wenn und aber. Hast du viele Kameraden noch aus deiner alten Zeit und hast du auch noch Kameraden aus den anderen Einheiten, zu denen du heute auch noch Kontakt hast? Ja, das sind wirklich merkwürdige Sachen. Ich bin ganz selten in Kais. Einfach, das ist so ein bisschen Selbstschutz. Ich war da mit Herzblut, man riecht sich auch mal auf, das ist keine Frage, aber wirklich mit Herzblut und ich bin tief in den innern eigentlich immer noch Kommando. Und warum fahre ich da nicht hin? Weil es einfach weh tut. Ja, das glaube ich. Wenn ich jetzt aber irgendwo in Las Vegas rum, Schottshow oder auf irgendwelchen Messen oder ich sehe die, dann ist das immer eine ganz, ganz herzliche Sache, wenn ich dann irgendwo rumstehe und dann andere, die sehen dann plötzlich wieder zwei mittlerweile alte Männer, weil die sind ja alle von 96 alles alte Männer auch, so wie ich, die sind zwei jünger meistens, aber sind auch alte Leute und dann sehen wir uns und dann ist das immer eine super herzliche Begrüßung und die Jahre oder Jahrzehnte, die sind weg in einen Schnipp und das ist so eine Sache, die man sonst eigentlich nicht so erlebt, weil die wissen natürlich auch, wir sind durch die, auch die schlimmen Tage gegangen miteinander und deswegen es ist für den Außenstehenden vielleicht nicht ganz so begreiflich, ich weiß das nicht, aber das ist mir da auch egal, egal wer da neben mir steht, wenn jetzt meine Kameraden kommen im Allgemeinen, dann kann man nicht anhalten, das sind halt Kameraden. Fühlt sich das an, wie nach Hause kommen? Ja. Macht das einen Unterschied, welche Landesflagge die auf dem Ärmel haben? Ja. Tut mir leid, aber es ist halt wahr, es sind meine Kommandos. Mit anderen Nationen habe ich natürlich auch Sachen erlebt, aber die eigenen sind die eigenen, das ist so, Blut ist dicker. Das finde ich einen spannenden Ansatz, finde ich, ich muss sagen, ich ja den durch die Bank durch. Ich glaube, dass sich ich glaube, dass sich Leute das nicht vorstellen können, wie das ist. Ich selber glaube immer, ich kann das nachvollziehen, ich kann das vorstellen, man sitzt in der Scheiße zusammen und, und, und und die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber gelebt hat. Deswegen kann ich das absolut verstehen, wenn du sagst, hey, pass auf, ich gehe da aus, finde ich eine sehr ehrliche Aussage, und du sagst, pass auf, ich gehe da aus Selbstschutz eigentlich nicht hin, weil war es die beste Zeit deines Lebens? Auf jeden Fall. Ich habe, gestern Abend habe ich dich gefragt, was ist, was war das beste am Kommando-Dasein? Das gibt bestimmt einen Schützturm, aber es ist so, es ist Abenteuer, weil so viel Neues auf einen einströmt, wo man sich eigentlich täglich beweisen muss. Man darf keine Schwäche zeigen, das habe ich heute noch, keine Schwäche zeigen, weil das ist halt, diese Art Humor, den wir haben, den hat auch kaum einer, also wenn irgendeiner eine Schwäche zeigt, da geht es aber sofort mit dem Daumen rein. Das ist nicht böse gemeint, aber egal, was man macht, das Ding hängt nach. Bei mir gab es dann früher für den größten Verreißer des Tages, also während der Scharfschutzausbildung, musste man eine Pimmelnase tragen. So, das war schön, so eine Sicht, ja, ist halt so. So, und, und, also bis zum Schießbeginn, aufbauen der Schießbahn, eine Pimmelnase. Strafe muss sein. Ja, ja, so, und natürlich, da hat es mich auch erwischt, da haben sie sich, also die jungen Feldschwebel, wenn die der Meinung waren, ich habe verrissen, was ich natürlich auch gemacht habe, dann musste ich auch damit rumlaufen. Aber jetzt stelle man sich vor, ich würde die Schwäche zeigen und sagen, nee, ich trage sie nicht. Dann bist du ran durch. Dann bin ich durch. Also natürlich laufe ich damit dann auch rum. Da vielleicht noch so eine witzige Sache, dann hatten wir Israelis, die bei uns eine Ausbildung gemacht hatten, so ein Sniper. Die haben gesagt, ich war da, aber die waren auch bei mir. Und dann hat der verkackt. Und dann so, oh Gott, internationale Konflikte. Ich kann ja jetzt den Israeli sagen, dass er jetzt mit der Pimmelnase rumlaufen muss. Du, wir haben da einen Brauch und das wird jetzt kompliziert für alle, aber ich habe dir was mitgebracht. Nee. Das musst du jetzt aufzählen. Und der Typ ganz anders. Ach, selbstverständlich, wenn ich verrissen habe und wenn wir jetzt da übersprechen hier so, sind die alle gleich schon so ein bisschen. Also für den war das eine Selbstverständlichkeit. Wieso, wenn ich verrissen habe, dann trage ich sie und dann setzte er das Ding auf und es war alles, wir sind alles die gleichen im Positiven und wie im Negativen. Also der hat das dann auch aufgesetzt, das Ding. Ich weiß aber, als ich dann gegangen bin und mein Nachfolger rangegangen ist, der hat es nicht mehr, diese Tradition weitergezogen. Aber ich denke, man kann hart ausbilden, man kann auch seinen Spaß dabei haben. Das hat uns jetzt nicht viel gekostet, das Ding aufzusetzen und wir fanden es lustig, haben uns Schenkel geschlagen. Aber das Wichtige ist halt, niemals Schwäche zeigen. Teil der Kultur. Ja, das ist halt so. Rosi, jetzt bist du ins Kommando gekommen, du warst plötzlich in der Champions League, du hast mit der GSG 9 trainiert, mit 2-2-SRS, mit den Israelis, wahrscheinlich auch mit noch ganz vielen anderen Einheiten. Plötzlich, dein Wissen muss ja explodiert sein. Also du musst ja, wahrscheinlich kanntest du vielleicht viele Sachen schon, viele Sachen werden wahrscheinlich neu sein, aber wie lange hat das Gefühl gedauert, bis du das Gefühl hattest, boah, dieses ganze Wissen habe ich jetzt aufgezogen wie ein Schwamm und jetzt kann ich damit selber umgehen? Die ersten Jahre war ich in der ersten Kommando-Kompanie ganz normal Operator. Dann, von da aus, dann mussten dann irgendwann Scharfschützen kreiert werden und weil ich Jäger war und Präzisionsschütze war, habe ich dann den Job gekriegt, dann war ich plötzlich Teamleader für den Scharfschützentrupp und dadurch, dass man dann überall bei anderen Einheiten da reingerochen hat, fängt man an, sich einen Plan zu machen. Das heißt, das wurde dann irgendwann fachlich auch mehr. Ja, und dann muss man das methodisch umsetzen. So, und dann muss man sagen, wenn das jetzt so gut klappt, danach bin ich dann ja auch Waffenfeldwebel, also ich wurde, als Spezialist war ich Waffenfeldwebel, wir hatten dann ja Medics, Funka, Pioniere und Waffenfeldwebel, ich war halt Waffenfeldwebel, natürlich wollte ich das werden und dann lief das mal eine Zeit lang nicht so gut, da habe ich gesagt, würde ich auch gerne machen als Ausbilder und so kam dann das Fachwissen zusammen. Aber das Fachwissen war da, methodisch dachte ich, bin ich auch nicht so schlecht, aber von der Methodik bin ich richtig gut geworden, erst als ich, wo ich Falschimmiger war. Also die Pistole und der Falschimmiger, das sind so zwei Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Gut. Jetzt muss ich aber dann trotzdem den Falschimmiger auch noch gerade ausschießen beibringen. Das heißt, so wie ich es mit Kommandos mache, die halt stressresistent, bla 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 sind, ist das alles viel einfacher. Das heißt, selbst wenn ich die methodische Kiste gar nicht so weit aufmache, die Männer werden gut sein. Das ist super, super leichte Arbeit eigentlich. Dann kam ich zu den Falschimmigjägern und das war dann schon einen Ticken anders. Das sind auch harte Männer, das ist überhaupt keine Frage. Die mussten sich beweisen, aus einer heilen Maschine rauszuspringen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Also das ist dann schon gleich, aber Stressfähigkeit, Teamfähigkeit, Intelligenz, das wurde ja nicht geprüft. Der hat es oder hat es nicht und wurde auch nicht so in dieser Weise gefördert, wie es in Keif halt ist. So, und jetzt muss man den Leuten was beibringen und ohne wenn und aber, auch der Falschimmiger hat ein Recht auf Überleben, also auf gute Ausbildung, Vorbereitung für den Einsatz. Und dann habe ich sehr schnell feststellen müssen, ich kann das Ding nicht einfach weitermachen, das Fachwissen ist da, aber die Methodik noch nicht. Und die Zeit in Seedorf war für mich eigentlich die Prägezeit, tatsächlich die Prägezeit, obwohl ich vorher schon zig Jahre Ausbilder in Kaifer, wo ich sagen musste, das reicht nicht. Da muss viel, viel mehr kommen, sonst werde ich den Ausbildungsstand meiner Krieger nicht erhöhen können. Das heißt, die Prägefase als Ausbilder habe ich nicht in Keif, da habe ich das Fachwissen, die Prägefase als Ausbilder musste ich in der Truppe mir aneignen. Ich setze das jetzt zeitlich in den Kontext, weil wir gestern noch darüber gesprochen haben. Das heißt, was du jetzt gerade sagst, wenn du Seedorf sagst, das ist nach deiner Karriere als Kommando. Genau. Das heißt, du hast als Kommando, und bitte korrigier mich wieder, wenn ich jetzt falsch lege, aber die wahrscheinlich mit beste Ausbildung an der Waffe bekommen, die man in Deutschland bekommen kann. Ja. Du bist jetzt wieder, jetzt bist du wieder in Seedorf. Ich möchte nicht sagen, jetzt bildest du normale Leute aus, aber du bildest jetzt, du hast jetzt, bist jetzt der Multiplikator und kannst diesen Leuten jetzt ein unglaubliches Wissen vermitteln. Ein Wissen, was ein ganz, ganz niedriger Prozentsatz in Deutschland überhaupt genießen kann. Ich sage bewusst genießen. Was waren die ersten Sachen, wo du gesagt hast, okay, pass auf, darauf fokussieren wir uns. Was waren die ersten Sachen, die du umgestellt hast als Schießausbilder jetzt, wo du gesagt hast, pass auf, das Thema Methodik und Didaktik, ich brenne jetzt hier komplett die Hütte raus. Ich mache euch jetzt, ich lasse euch jetzt teilhaben an meinem Erfahrungsschatz. Was waren die ersten Sachen, auf die du wirklich Wert gelegt hast? Es kam daher, dass ich erstmal geschockt war, kam dann in die Truppe, zu den Fallschirmjägern und was ich sehe, ist Ausweichschießen. Weil so auf dem Papier, Spezialeinheit, Ausweichschießen und dann komme ich zu den Fallschirmjägern und dann lernen die Ausweichschießen. Ihr seid nicht ganz dicht, ihr seid Fallschirmjäger. Wir lernen nicht wegzulaufen, sondern anzugreifen. Das ist das, was den Fallschirmjäger auszeichnet. Das heißt, bevor wir lernen abzuhauen, müssen wir erstmal wirklich hochwertige Angriffe üben. Das zeichnet den Fallschirmjäger aus. Im Übrigen 2010, als wir dann da raus waren, waren wir ja die, die eine, also ich, zu der Zeit, ich war mit in den Einsatz, 2010 mit den Fallschirmjägern. War eine super interessante Sache. War das erste Mal, dass ich mit normaler Truppe im Einsatz war? Auf jeden Fall diese, diese Idee, Spezialeinheit oder spezialisiert zu sein und dann Ausweichschießen zu lernen, das auszumerzen, das war mit mein erster Job. Das zweite war dann, jeder hat ein Recht auf Überleben, also wieder reinzubringen, das Nahkampfschießen. Ich hatte dann so mehrere Module aufgestellt, da gab es auch keinen NSAK, neue Schießausbildungskonzepte Bundeswehr, heute Schießausbildungskonzept, das gab es damals noch nicht und dann habe ich dann halt irgendwas aufgebaut, eine messbare Leistung, auch das musste ich in Kommando lernen, messbare Leistung, nicht einfach gut sein, sondern auch auf dem Papier das darstellen, dass man was, also ein Abholpunkt für den nächsten Teamführer oder Kompaniechef. Das habe ich dann dort eingeführt, also keiner durfte bei mir zum Beispiel eine Schießausbildung machen, wenn er nicht die Waffenprüfung an den Tag vorher gezeigt hat. Ich habe dann, das mache ich heute noch, eine Waffenprüfung auf wirklich hohem Niveau, super pingelig, kleiner Finger oder Magazin, bla bla bla, also tausend Kleinigkeiten. Wer das nicht schafft, fällt halt durch und ich war damals schon so verspannt, wer also noch nicht mal eine Waffenprüfung hinkriegt im Trockentraining, der hat nicht das Recht bei mir, eine Schießausbildung zu genießen, weil er ist nicht motiviert genug, dass er vorher trainiert hat und dann habe ich sie auch von der Schießbahn gejagt, ich stelle die da hinten, guck zu, lerne erstmal was Vernünftiges, du bist nicht motiviert genug hier, um bei mir Ausbildung machen zu dürfen. Hat das motiviert? Ja, also die hatten natürlich auch Schiss, also wenn sie dann zu mir kamen, also auch Erwachsene, da hat man schon mal zitternde Hände gesehen, weil sie auch wussten, der Alte ist verspannt, also ich war damals schon alt. Auf jeden Fall, das war dann so ein kleiner Game Changer, muss ich wirklich sagen, dass man wieder zurück zu den Basics geht, also Kanone richtig in die Hand, bla bla bla, das habe ich halt durchgezogen und dann, dass der Falschmierer wieder aggressiv wird, weil das ist nun mal das, was den Falschmierer auszeichnet. wenn wir irgendwo aus der Maschine springen, heißt ja nicht, dass nachher alle hunderten Mann, die rausspringen, auch noch hundert Mann am Boden einsatzfähig sind, das heißt, ein Falschmierer muss immer super aggressiv sein, er muss super flexibel sein, muss sich anpassen können und und und. So das wieder hinzukriegen und nicht gerade mit den Ausweichschießen anzufangen, das war mitten in meinem erster Job. Dann habe ich gelernt beim SAS, da sind die, na und Delta auch, sind die die weltbesten ever. Woran? Wenn man sich die Infrastruktur anguckt vom SAS, die haben halt auf ihren Übungsplatz, nicht in Hereford, die sind dann umgezogen, da haben die eine Ausbildungs, also einen Ausbildungsbereich, Military Training Area, da ist dann alles perfektioniert für Handstreiche, Hinterhalte, Handstreiche, Geiselbefreiung aus Gebäuden und so, das ist alles zentriert in einem Bereich, also das heißt, der gesamte Bereich dort ist ausgelegt für effektives Training, die Bundeswehr nicht, also wir sparen dann manchmal Geld oder sind behaftet, weil Politiker das so wollen, oh Gott, das höchste Gut ist die Gesundheit, ja, aber auch im Einsatz ist halt die Gesundheit, das heißt, wir müssen schon wirklich einsatznah trainieren und das wird halt teilweise durch Gesetze sehr, sehr schwer gemacht. So die Briten, ganz knallhart, alles ist optimiert für ein rationelles Training. Bei Delta, wenn man da mal in der Kaserne ist, ich habe mir das angeschaut, da bin ich allerdings vom Glauben abgefallen, wie die das abziehen, da wird kein Schießen angemeldet, der Operator stellt fest, Mensch, ich habe noch zwei Stunden Zeit, bevor das nächste Briefing ist, dann fahren die mit dem Auto hier zu Mac Mooney und dann kurbelt er seine Scheibe runter, dann ist da ein Captain, also ein Hauptmann, der 1000 round, 44 arms, und dann kriegst deine Munition in die Hand gedrückt, fährst weiter, guckst, wer die Schießbahn noch frei ist, dann hältst du an, frei hast dann ab, ohne Ende, wenn du noch, was ich hier, 300 Patronen über hast, fährst du auf die andere Seite von diesen kleinen Häuschen, dann gibst du den Captain nass hin, da wird kein Papier beschriftet, es wird einfach abgearbeitet, so effizient, wie es irgend geht, weil die sagen dann halt, ich behaupte, das ist nicht erwiesen, aber so ein ausgebildeter Kommandosoldat, der kostet locker ein bis bis zwei Millionen Euro, denke ich mal. Allein aufgrund wahrscheinlich der Trainingssicher durchläuft und das Equipment? Alles, wenn du das mal zusammenzählst, ein bisschen runter zum Sprit, und Infrastruktur für den Einzelnen, das ist richtig, richtig teuer, ein SEK, der kostet auch richtig viel Geld. Unser Delta-Mann, der kostet wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil die eigenen Satelliten da oben rumfliegen haben, oder mehrere. Auf jeden Fall sehen die, Was übrigens kein Spruch ist, es ist tatsächlich so. Und ja, das ist bitter für uns. Ja, wir sind halt nicht konsequent genug, wir sind gute Menschen, wir Deutschen, und wirklich kann nicht politisch werden. Auf jeden Fall, wenn man jetzt sieht, wie effizient die mit ihrer Zeit umgehen. Die haben dann ihre Übdorfer, die sagen, ja natürlich durch, beispielsweise, die haben so ein Dorf, und da haben die Zielscheiben aus Stahl und die Wände sind aus Beton. So, jetzt kommt der Operator, geht rein und bekämpft seine Ziele. Und wenn er daneben schießen würde, dann kriegt er natürlich die Splitter ins Gesicht und Halsschlagader ist er halt tot. Und dann sagen die aber, argumentieren die so, ja, aber wir schießen ja nicht daneben. Warum sollen wir daneben schießen? Wir treffen ja. Könnte man genauso 1-1 natürlich auch für uns sagen, weil wir schießen auch nicht daneben. Ja, wenn das Ziel ein Stück weiter weg ist, dann lasse ich mir einen Ticken Zeit und ziehe noch ein bisschen genauer und komme dann ab. Also, es kommt nicht vor, dass ein ausgebildeter Kommando daneben schießt. Man nimmt sich dann halt Zeit für schlimmere Sachen. Wir haben auch einen schlimmen Schießtest. Es ist alles genau richtig. So muss das auch sein. Die trainieren so intensiv, dass dann da auch nichts passieren kann. Bei uns ist es allerdings so, dass, falls doch einer schlecht ist, dann muss die Infrastruktur, und das macht die Sache natürlich super teuer, wenn dann doch was passieren würde, und er würde daneben schießen, dann darf trotzdem nichts passieren. Die Delta-Fritzen, die sagen, wenn ich kann es nicht, schießen ja nicht daneben. Also, wir sparen jetzt mal 3 Millionen oder 20 Millionen und machen Betongebäude und stellen dann nur die Dinger dahin und es trifft ja so und so jeder. Und diese Herangehensweise, und wenn einer daneben schießt, dann ist das halt so. Das ist unser Job. Und da spart man Geld. Also, diese Denke, die haben wir nicht. Ich habe, ich gebe noch ein Beispiel mit dem Scharfschützen, was weggelustig ist. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe dann von den Special Forces, die haben so kleine Geschossfänge. Die schießen in der Kaserne mit schärfer Munition. Da ist ein Kindergarten da unten, wenn da eine Vorführung ist oder manche Übung, dann schießen die einmal über einen Exerzierplatz in eine Wohnung rein und da haben die dann halt ihren Geschossfang stecken. Das sind diese mobilen Kugelfänge? Ja. Die schweren mit den Rollen drunter? Ja, das sind unsere. Okay. Aber nicht von den Special Forces. Okay. Die packen zu zweit an, stellen das Ding hin. Die schießen auch noch Sierra Matchking bei vielen Trainings und dann flacken die da rein und gut ist, da schießt ja keiner daneben. Also so argumentieren die auch. So, und jetzt habe ich gesagt, Mensch, geiles Ding. Will ich auch haben. Und jetzt kommt wieder Deutschland und unser Geschossfang, unser Mobiler, ich hoffe, wir haben jetzt andere, aber zu meiner Zeit, er hat noch 450 Kilo gewogen. Und dann sage ich, wieso das denn? Ja, wenn der Kommandoscharfschütze sich vertut und nimmt auszusehen AP-Munition, also panzerbrechende Munition, dann muss das ja auch halten. Oder wenn er auszusehen Kaliber 50 nimmt oder so, sind die nicht ganz dicht? Natürlich, ich will ja so leicht wie möglich, ich will das ja auch häufig im Training einsetzen. Und da kommt dann schon wieder der Mensch, oh, was könnte alles passieren? Und deswegen geben wir halt unnötig Geld aus. Nein, das sind Profis. Da habe ich dann auch so argumentiert, aber ich bin nicht durchgekommen. Da habe ich gesagt, ich bin Jäger. Und wenn ich jetzt da irgendwo auf dem Hochsitz bin, dann bin ich auch verantwortlich für meinen Schuss. Und der Kommandosoldat ist natürlich auch für jeden Schuss, den er abgibt, ohne Frage verantwortlich. Und da wird keiner vorbeischießen, da wird keiner die falsche Munition mitnehmen oder außerdem die falsche Waffe. Das wird nicht passieren, weil das ist mein Auftrag, das und das mache ich. Nee, aber wenn. Und das macht die Sache teuer und kompliziert. Vertraut uns, wir sind Profis. Ich kann mich an eine vergleichbare Geschichte erinnern. Da ging es darum, dass da ein Carshhooting-Lehrgang gemacht werden sollte und das auf einem Privatgelände stattfand, aber das Auto war nicht mehr fahrfähig. Aber man konnte es trotzdem als Deckung benutzen, etc. Und dann konnte dieser besagte Lehrgang nicht stattfinden, weil das Auto dann nicht mehr fahrfähig war, demzufolge keinen TÜV mehr hatte und demzufolge es keinen Versicherungsschutz mehr gab, für den Fall, dass es sich damit tun. Ich kann nicht stimmen, ob es wahr ist oder nicht. Ich fand es einfach, ich habe herzlich darüber gelacht, in meinem Kopf könnte das durchaus der Wahrheit entsprechen. Du hast vorhin jetzt, du hast jetzt nochmal gesagt, du bist mittlerweile Sportschütze, du bist Jäger. Jetzt hast du dieses ganze Wissen in einem Buch kumuliert. Wo sind Gemeinsamkeiten in der modernen Schießausbildung für Jäger, für Sportschützen, für den Behördler, bevor es anfängt, in verschiedene Äster durchzugehen? Also die Gemeinsamkeit ist natürlich, wir halten hier Kanone fest, das eigentliche Ziel und Abkrümmen, da ist fast alles gleich. Ich rede jetzt aber nicht von den Sportschützen, tatsächlich nicht, der jetzt hier Zehner Ringscheibe 25 Meter macht, sondern ich sehe dann eher so Richtung IPSC. Der modernen Waffenanwender. Genau. Das sind also Sachen, die gleich sind für den Jäger, wenn ich jetzt auch wieder an die Pistole gehe. Es gibt Jäger, die können richtig gut mit der Pistole umgehen. Viele können überhaupt nicht damit umgehen. die können geradeaus abkrümmen. Aber wenn so ein Schweinchen jetzt in einer Notwehrsituation meist auf mich zugestürmt kommen und ich kann die Langewaffe nicht mehr einsetzen. In dieser Phase ist das natürlich völlig egal, ob ich einen Terroristen vor mir habe oder ein Wildschwein. Also ich muss jetzt schießen bis Wirkung im Ziel. Also auch nicht einmal abkrümmen, sondern gegebenenfalls mehrfach, wenn ich die Zeit noch habe. Das heißt, es gibt schon eine Menge Sachen, die gleich sind und unheimlich viele Sachen, die anders sind. Beispiel Nachladenmagazinwechsel. Der IPSC-Mensch, der macht einen Magazinwechsel, wenn er Zeit dafür hat. Also wenn er von A nach B läuft. Wenn ich jetzt als Soldat irgendwo jetzt im Feuerkampf bin und ich muss einen Stellungswechsel durchführen, dann mache ich in der Deckung möglichst meinen Magazinwechsel. Dann kriege ich Feuerschutz, laufe dann zur nächsten. Also ich laufe feuerbereit aus der Deckung in die Deckung oder Stellung, Stellung. Und das ist natürlich grundsätzlich anders als IPSC. Und das eine ist halt Sport. Das sind so die großen Unterschiede. Das eine ist Sport und wir machen dienstliches Schießen. Und dienstliches Schießen hat halt eine andere Zielsetzung. Nichtsdestotrotz, was ist gleich? Die Manipulation muss beim Sportschützen, beim Jäger oder Soldaten oder Polizeibeamten, die muss sicher sein. Sie muss richtig sein, egal welche Art von richtig es gibt. Dass eigentliche Zielen abkrümmen, wird natürlich auch gleich sein. Und für einen Jäger ist es natürlich notwendig, dass er auch den richtigen Griff macht, wenn er denn mehrfach schießen muss. Also in einer Notwehrsituation. Wir reden ja nicht nur Notwehr gegenüber den Wildschweinen, sondern auch der Wilderer, der jetzt, ich hatte so eine Situation mal, dass den Wilderer bei mir im Revier waren. Der hat sich aber den richtigen ausgesucht, mein Lieber schon. Die beiden haben sich den richtigen ausgesucht, ja. Die sind nachher trotzdem gut rausgekommen. Hängt die Trophäe bei dir jetzt im Wohnzimmer oder? Ja. Nee, das waren zwei Russen, die bei uns ja geängelt haben auf dem Übungsplatz. Und mein Übungsplatz ist mein Revier. Und dann habe ich sie aufgefordert. Und dann wollte der eine mich noch umgehen. Und da hatte ich leider keine Pistole mit, nur meine Jagdbüchse. Und dann, aber das war dann wieder ganz gut. Ja, stop! Hatte große Augen gekriegt und dann ein bisschen Respekt eingeflößt. Und dann konnte leider sich einer ausweisen. Da habe ich den Ausweis fotografiert. Und dann, das ist halt so Deutschland, dann kann ich sie auch nicht mehr festnehmen. Sonst hätte ich ja festnehmen können, frische Tat und blablabla. Aber er konnte sich ausweisen. Und dann war es in der Beziehung wieder tragisch, weil dann habe ich das bei der Polizei gemeldet und die haben gesagt, hat es uns so keinen Zweck kommen lassen. Lassen Sie die laufen und gut ist. Zumindest sind die nie wieder gekommen, meines Wissens. Und auf die Gemeinsamkeit, da kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Ich würde vorschlagen, wir machen einen kurzen Break, weil ungefähr ab Sekunde eins, wo ich gesagt habe, Hallo Rosi, habe ich gemerkt, ich muss so dringend schiffen. Und das habe ich jetzt die ganze Stunde eingehalten, weil dieses Gespräch einfach so grenzgenial verläuft. Vielen Dank dafür. Aber wenn ich das jetzt nicht wegbringe, dann gibt es keinen zweiten Tag. Alles klar, bis gleich. Okay, wir sind zurück, wir haben uns noch einen Kaffee besorgt. Kleine Pause gehabt, wir steigen direkt wieder ein. Gehen wir nochmal, kommen wir nochmal auf dein Buch. Ich selber mache das zwar schon ein bisschen länger, aber ich lerne jeden Tag etwas Neues, übrigens nicht nur beim Schießen, sondern auch über alles andere. Deswegen bin ich nicht die Referenz, weil ich generell ein bisschen dumm daherkomme. Das ist aber auch in Ordnung. Da habe ich mich drauf eingelassen. Ich mache mein Leben reicher an Erfahrung. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe mir dein Buch durchgelesen, zweimal. Ich habe ganz viel Neues gelernt, natürlich. Viele Sachen kannte ich vorher vielleicht schon etwas anders oder anders. Ich habe gesehen, dass viele Sachen, gerade das Kämpfen mit der Pistole, im Detail nochmal ein Stück weit variiert sind, das aber trotzdem erkenne ich übergreifende Strukturen. Das Thema Laufwege, das Thema Comet Pistol, vom Carshhooting etc. Aber es gibt auch Sachen, die waren so einfach in diesem Buch und auch sehr weit vorne und trotzdem hatte ich sie noch, ich hatte sie so nicht auf der Uhr. Ich fange mal an mit den goldenen Körnern. Das Erste, was ich gesehen habe, was ich phänomenal gut finde, wovon ich mir jetzt natürlich ganz viel Info noch erhoffe und nochmal, das ist ein ganz persönlicher Eindruck. Also, alle Leute, die jetzt den Kopf über die Hände zusammenschlagen und sagen, ja, aber Kauti, das ist doch ganz normal, ich habe das nur so gelernt, bei mir war es nicht so und deswegen spricht das an, eure Erfahrung mag anders sein. Ich habe mal eine Frage. Wie kann man dann den Kopf über den Händen zusammenschlagen? Das ist eine gute Frage, aber es ist nicht das Dümmste, was ich je gesagt habe. das ist eher mein Niveau. Der Griff an der Waffe, elementar wichtig. Wir kennen dieses First and Final, also der Erste Griff an der Waffe ist der Griff, den ich etabliere, mit dem ich den ganzen Rest dann durcharbeiten muss. Gibt das Thema High and Tight, also so fest wie möglich, so hoch wie möglich. Kennen wir alles andere, das Grundsatzprinzipien, die sind gelebt und bekannt in der Szene. Du bist der erste Mensch, der mir gezeigt hat oder in seinem Buch gezeigt hat, dass du den Griff vom Abzugszüngel her aufbaust. Ist ja eigentlich auch logisch, ne? Bitte, aber trotzdem, ich habe es in zehn Jahren nicht einmal so gesehen. Vielleicht ist es mir gezeigt worden, ich habe in dem Moment nicht hingehört, das mag sein, aber erklär mir warum. Also es ist logisch, aber ich habe es trotzdem, ich kenne diese Herangehensweise nicht. Okay, aber ich denke, alle guten Ausbilder machen das so. Es geht ja darum, ganz am Ende geht es ja darum, dass der Finger richtig positioniert wird, andersrum, dass der Abzug richtig bedient wird. 19% der Fehler sind, glaube ich, Abzugsfehler, ne? Natürlich, ne? Und das Zielen ist auch so ein Ding, was ich immer mache. Ich zeige dann, was ist die größte Fehlerquelle? So, und dann zeige ich beim Zielen zum Beispiel, gehe ich dann ran und schieße ein richtig schlimmes Vollkorn. Also ich habe meine Kimme und das Korn sitzt komplett oberhalb der Kimme. So, und dann schieße ich auf fünf Meter und dann ist das Loch da oben. Aber in Wirklichkeit, auf fünf Meter, reden wir jetzt von ein paar Zentimetern. Richtig. Dann rechts geklemmt, links geklemmt, also kein Lichtspalt, gar kein Lichtspalt mehr. Da stellen wir fest, wir reden auch von Zentimetern. Und beim Feinkorn, das heißt, ich ziele durch die Kimme und dann ist das Korn gerade noch so zu sehen. Dann krümm ich ab. Wir reden von ganz, ganz wenig. So, wenn ich jetzt aber reiße, dann kann auch fünf Meter, der Treffer mal locker 10, 20 Zentimeter tief sein, wenn ich halt schlecht genug abkomme. So, das heißt, wir müssen richtig zielen. Keine Frage. Aber das A und O ist, den Abzug richtig zu bedienen. So, und wenn ich jetzt eine Pistole habe, die grundsätzlich falsch für meine Hand ist, dann werde ich natürlich niemals schnell gut schießen können. Das geht anatomisch nicht. So, das heißt, das A und O ist jetzt, dass ich meine Pistole entsprechend greife oder anpasse. Na, wenn wir heute die moderne Pistolen sehen, da gibt es verschiedene Griffstücke. Richtig. Das heißt, ich gehe mit dem Finger an den Druckpunkt. So, und jetzt muss der Finger exakt waagerecht sein, damit ich noch ein ganz kleines, oder man kann auch sagen, ein Millimeter weiter vorne. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber ich fange an, meinen Griff zu kreieren von dem Moment, wo ich am Druckpunkt bin und weiter nach hinten ziehe. Wenn ich eine Chance habe, dann nehme ich den Finger an den Abzug, halte ihn fest, greife jetzt rum. Im Idealfall habe ich jetzt genau in der Handgabel das Griffstück. Korrekt. Wenn es nicht gut ist und ich stelle fest, das Griffstück ist zu groß, nehme ich halt ein kleineres. Abfeilen oder wenn es mal eine Kanditinspistole ist, wenn es mal eine private ist, dann muss ich halt gucken, wie viel kann man noch wegnehmen, damit es dann wieder passt. Wenn ich halte große Hand, ist es viel einfacher, nämlich Gummibänder oder größeres Griffstück. Größer geht eigentlich immer leichter. Aber das A und O ist halt, ich versuche, meine Kurzwaffe so anzupassen, dass ich ein einfaches, gerades Nach-Hinten-Ziehen ermögliche. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bundeswehr P8, die ist, sie ist nicht Atomscheiße, aber sie ist so oldschool, da kann man nichts dran machen. Und wenn man viel schießt, ein Überbein habe ich auch tatsächlich noch von meiner P8, weil das Griffstück halt noch so alt und falsch ist. Das heißt, jeder Rückstoß schlägt gegen mein Daumengelenk. Und deswegen habe ich da ein Überbein bekommen, weil ich halt viel geschossen habe. Dann ist das natürlich nicht optimal. Also ich versuche jetzt, wenn es irgend geht, das anzupassen, aber selbst wenn jetzt meine Hand zu klein ist. Wir haben ja auch manchmal Mädels, die nicht nur kleine Hände haben, sondern auch noch wenig Muskeln. Dann kann das durchaus sein, dass bei der P8 jedenfalls das Abkrümmen fast unmöglich ist. Das A und O ist halt, dass ich gerade nach hinten ziehe. Und wenn das dann halt nicht geht, kann ich nicht einfach sagen, ich fasse das schulmäßig in die Handgabel, die Pistole und komme gerade mal mit der Fingerspitze an den Abzug, denn da wird nie was Gutes rauskommen. Das geht gar nicht. Also deswegen fangen wir vom Abzug an, also vom Abzugsfinger, wie wir den an den Abzug bringen und dann greifen wir rum. Im Idealfall passt das. Eventuell muss ich ihn anpassen. Ich kann aber eher treffen, wenn ich einen schlechten Griff habe, solange der Abzugsfinger richtig dran ist. Ich werde aber niemals mit einem schlechten Griff schnell und gut schießen können. Das ist unmöglich. Die Waffe wird auswandern, weil ich halt die Waffe nicht so kontrollieren kann im Rückstoß. Deswegen sind alle modernen Waffen eigentlich so ausgelegt, dass ich dann eine kleine Hand bedienen kann, eine große Hand bedienen kann. Das ist der Grund. Und ausgehend davon ist immer nicht, habe ich ein gutes Gefühl, sondern ganz stumpf, physikalisch. Wo ist mein Finger am Abzug? Jetzt greife ich rum, stelle fest, passt nicht. Griffschale raus, anpassen. Oh, jetzt passt das besser. Also das ist richtig. Weil Physik ist halt so, Physik kann man nicht bescheißen. Du hast einen guten Spruch in deinem Buch. Also du hast viele gute Sprüche in diesem Buch, worauf ich hinaus will. Ich glaube, du schreibst etwas und ich fasse das jetzt dumm zusammen. Der Anfänger hat nicht das Sagen, wie er seinen Griff macht, sondern er kriegt es vorgegeben. Also es ist tatsächlich so, dass einige Akademien, Polizeiakademien, da kann dann der Schütze sich seinen Griff erarbeiten. Man muss aber gegenüberstellen, und das höre ich im Übrigen bei jeder Einheit, ob das nun eine Spezialeinheit ist oder normale Polizei. Wir haben zu wenig Zeit für Ausbildung. Das ist original das, was ich auch will. Überall. Also selbst im Kommando, wenn man jetzt in die Tiefe reingehen will, egal welches Thema, man hat zu wenig Zeit. Es ist so. Gerade wenn die Ausbilder Experten sind, da kummelt das im Magen, das müssen die eigentlich das noch wissen, das noch. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit zu wenig Zeit. Und wenn dann solche Lakaienarbeiten wie der Griff, also jetzt gar nicht negativ, der Griff, der noch erarbeitet wird von einem Menschen, der überhaupt keine Ahnung hat von Schießen, da kann ich nur sagen, was soll denn das? Also diese ganzen Lakaienarbeiten, da werde ich nicht eine Sekunde verschwenden, mach das so, wenn man das so knallhart durchzieht, hat man mindestens 95 Prozent aller Menschen schon bedient mit dem guten Griff. Wenn die jetzt aber noch hier stundenlang sich einen Griff erarbeiten, wo sie überhaupt keine Erfahrung haben, um besser zu werden, weil das ist ja das erste Mal. Welche Maßstäbe sollen die ansetzen? Eben, also deswegen, meiner Meinung nach ist das völlig falsch. Es ist so ein bisschen akademisch, der Mensch soll sich das erarbeiten, das ist wesentlich effektiver. Das ist ja auch so, aber nicht für das Thema. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Lage darstellt, dass ein Straftäter mit einem Messer, sie müssen in den Raum rein, weil das Kind bedroht wird, wie machen sie das am besten, wo positionieren sie ihren Körper, sowas kann man dann erarbeiten, auch wenn man keine Ahnung hat. Dann sagt man so, okay, wenn ich dahin gehe, kann ich das Kind schützen, also sowas. Da sage ich, das wird intellektuell erarbeitet. Man gibt eine Situation, das ja, aber diese Lakaien arbeiten wie ein Griff, wie das abkrümmt. Das ist Zeitverschwendung. Das ist absolute Zeitverschwendung. Also wenn ich jetzt so ineffektiv ausbilden würde, dann fliege ich aber mit Grund raus. Also das gibt Sachen, wo man sagt, so ist das richtig. Und danach kann das natürlich sein im Detail. Ich hatte ein Beispiel, da hat ein Schütze, der hatte, ich muss dazu sagen, er hatte einen Schießhandschuh, an, der ist in Anschlag gegangen und dann hat er von mir erstmal einen Hinweis bekommen, der Daumen gehört dahin. Dann zieht er seinen Handschuh aus und hat gar keinen Daumen. Den hat er sich mal vorsichtshalber abgehackt. Also dass es im Detail gibt, das sind doch schon Sachen, wo dann der Schütze was anpassen muss. Wir sind anatomisch nicht alle gleich. Deswegen sage ich auch nicht, 100 Prozent muss das so sein. Wir haben schon Unterschiede. Aber 95 Prozent aller Schützen, und zwar mindestens, können mit diesem Standardverfahren, was sich jetzt etabliert hat, egal ob IPC oder Spezialkräfte, dieser Griff ist halt bei Pistole jedenfalls so klar, dass das so geht, dass man da wirklich keine Zeit verschwenden muss. Also für den letzten, die es jetzt noch, für den einen, denen es jetzt noch die Fragezeichen gibt, wir reden natürlich bei dem Erarbeiten des Griffes um die Orientierung an der Waffe. Wie muss mein Finger richtig liegen? Wie muss meine Hand dann weitergelagert liegen an der Waffe, damit ich sagen kann, okay, das ist jetzt der Griff, den merke ich mir, denn damit möchte ich arbeiten. Es geht jetzt nicht um das Etablieren des Griffes vom Holz da an, sondern es geht darum, wie erarbeite ich mir eigentlich den richtigen Griff? Und deine Antwort ist, wir erarbeiten den nicht, ich zeige dir den und ich zeige es dir, indem ich den Finger erst am Abzug anlege, da muss er liegen, damit du vernünftig schießen kannst, damit du vernünftig schießen kannst und den Rest der Hände legen wir drumherum. Und jetzt, wenn wir es jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, dieser Griff muss immer gleich sein und zwar von dem Griff im Holz da oder auch nach Manipulation, Tabrak oder was auch immer und da gibt es natürlich so kleine Kniffe, habe ich glaube ich auch geschrieben, das hat aber auch irgendein amerikanischer Ausbilder genauso gemacht, indem man einfach sich markiert, wo ist jetzt der Mittelpunkt meiner Waffe in der Hand, er macht einfach einen Strich. Das heißt, ich gehe nach hinten, greife, Tabrak, Magazinwechsel nachladen oder was auch immer und danach soll der Griff immer gleich sein. Und dann habe ich also einmal für den eigentlichen Waffengriff mit der rechten Hand den Mittelstrich und damit der Daumen auch immer an der gleichen Stelle ist, mache ich den zweiten Strich. Das heißt, ich kann mich immer korrigieren, denn für den Anfänger ist es schon schwer genug, die Waffe zu greifen. Für den Profi nachher, was heißt Profi, auf dem Weg zum Profi, auch in jeder Phase immer perfekt gleichzugreifen. Dafür sind solche kleinen Hilfsmittel natürlich wirklich effektiv. Ich habe schon Leute gehabt, die im Scherz gesagt haben, Mensch, das ist so eine geile Idee, ich werde mir das jetzt auftätowieren. Ja, das sage ich nicht. Ich glaube, wir kennen Sam. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, nee, mach das nicht, weil es kann durchaus sein, dass im Laufe der Jahre ich im Detail den Griff nochmal verändere oder die nächste Waffe ist der Griff wieder. Also nicht tätowieren. Aber auf jeden Fall, diese Mini-Hilfsmittel, da habe ich eine Menge reingeschrieben, wie ich sowas mache, auch so eine Sache, was ist das Wichtigste überhaupt? Und beim Schießen mit der Pistole, ja, der Stand. Also die Fragestellung ist nicht, was ist das Wichtigste beim Schießen, sondern was müsst ihr alles richtig machen, um zu treffen? Und dann höre ich, ah, die richtige Atmung, ja, der richtige Stand. Wohnphase. Der richtige Griff und so. Und dann sage ich, ja, pass mal auf, guck mal genau zu. Ich mache jetzt ein paar Sachen falsch. Dann ist so ein Standardding von mir, nehme ich die Pistole verkehrt rum und krümmen den kleinen Finger ab. Das ist, aber habe ich auch jetzt in einem Video gesehen, dass ich wohl nicht der Erste bin. Schade. Damit will ich nicht den Dicken machen, sondern es geht darum, dass der Student auf den Punkt gebracht, das bekommt visuell, was wirklich wichtig ist. Und wenn es nur darum geht zu treffen, da brauche ich nicht viel richtig machen. Ich muss richtig zielen, richtig abkrümmen. Und alles andere ist Beiwerk. Ich werde natürlich nicht, das ist kein Combat schießen, ist keine Frage. Genau. Aber der Schütze sieht jetzt, oha, wenn es wirklich nur darum geht, ein Loch an die richtige Stelle zu bringen, kann ich alles falsch machen, bis auf zwei Sachen. Richtig zielen, richtig abkrümmen. Und das zweite Ding, was auch immer rauskommt, ist, wenn ich treffen will, was muss ich machen? Ich muss zwei Sachen gleichzeitig richtig machen. Gleichzeitig richtig zielen und abkrümmen. Wenn ich jetzt erst richtig ziele und dann richtig abkrümmen, dann kann sich natürlich die Mündung wieder verändert haben, dann habe ich nichts erreicht. So, und wenn wir mal unser menschliches Hirn uns betrachten, wir können immer nur eine Sache zur Zeit denken. Und wenn ich jetzt an diese eine Sache zur Zeit, wenn ich davon spreche, dann ist das halt so, jetzt muss ich plötzlich zwei Sachen gleichzeitig richtig machen. Ich kann aber nur eine Sache richtig denken. dann muss ich mich als Ausbilder oder der Schütze selber entscheiden, was von den beiden Sachen, das Zielen oder das Abkrim, was, wo muss ich jetzt den Fokus drauflegen? Und alles, was wir tun, alles, was wir tun, landet ja an Unterbewusstsein. Das Gute, aber auch das Schlechte. Das heißt, ich muss ja zusehen, dass ich mein Unterbewusstsein entsprechend programmiere und das Bote, meine Muskelerinnerung muss ich aufbauen. Und darum dreht sich ganz, ganz viel. Wenn ich jetzt gerade an den Beamten denke oder den Soldaten, der jetzt in den Einsatz geht, jeder Mensch hat nur 100% Aufmerksamkeit. Und wenn ich jetzt so und so viel Prozent Aufmerksamkeit verschwende, in Anführungsstrichen verschwende, für den Magazinwechsel, für das Nachladen oder so, dann fehlt mir das vielleicht für die Aufmerksamkeit, die ich für die Taktik brauche. Die Entscheidung schießen, nicht schießen, Stellungswechsel und, und, und. Wo sind meine Kameraden oder Kollegen? Das heißt, ich muss zusehen in meiner ganzen dienstlichen Tätigkeit als Schütze. Was kann ich abarbeiten mit dem Unterbewusstsein oder mit der Muskelerinnerung? Und da in dem Buch, ich hoffe, das kommt auch so raus, das heißt, ich habe da auch ziemlich viel Wert drauf gelegt, dass wir von Anfang an richtig arbeiten. Und nicht sagen, ach, das machen wir später richtig. Nein, wir machen das schon alles richtig. Ich mache das in so in den Schulungen, in so Häppchen. Wir legen jetzt den Fokus da drauf. Lektion 2 ist das, Lektion 3, das. Und dann machen wir einfach immer mehr besser. Und vieles davon ist jetzt zu Papier gebracht worden, aber darum dreht es sich. Damit ich später in der ganzen Taktik nicht unnötig mich ablenken lasse von meiner eigenen Waffe. Und das ist halt auch das Profitun. Und da muss man halt rangehen. Und das ist auch teilweise langweilig. Ich selber finde es nicht langweilig. Also ich mache heute noch Trockentraining. Das ist tatsächlich wahr. Und es ist mein Trockentraining vielleicht anders als manch andere. Ich habe bei mir in meinem Zimmer dann auch noch ein Seil hängen. Und ich habe ja von MD-Text hier meine Ausrüstung. Und dann mache ich so Abseil, Kopf runter, mit Kopf nach unten. Und dann mache ich dann meine Tätigkeiten. Dann habe ich eine Viral, die Moving-Tage kann ich bei mir zu Hause trainieren mit so einem Laserpatrünchen und, und, und. Also das ist dann meine Art Trockentraining. Dann habe ich so ein Wackelbrett hier. Ich habe natürlich vergessen, wie das Ding heißt hier. Aber Gleichgewichts, kennst du die? Ich kenne die. Ich wüsste nicht, wie man sie anders nennen könnte als Wackelbrett. Ja, solche Dinge. Da stelle ich mich drauf und mache dann meine ganzen Tätigkeiten, weil ich will dann auch, dass jenseits meines Bewusstseins viel, viel abgearbeitet wird von Unterbewusstsein. Gleichgewicht kann man natürlich super aufmerksam hinkriegen. Wenn ich jetzt einbeinige Drills mache, dann konzentriere ich mich aufs Gleichgewicht. Aber irgendwann, wenn ich es oft genug mache, dann kann ich mich halt auf meine Kanone konzentrieren. Und so ist das immer ein Wechselspiel. Was kann mein Unterbewusstsein, meine Muskelerinnerung abarbeiten, damit halt die Aufmerksamkeit für diese eine Sache ist. Aber nochmal ganz zurück, das Problem beim Schießen ist halt, dass ich zwei Sachen gleichzeitig richtig machen muss. Und manchmal ist es einfach, einen Anfänger nach vorne zu bringen, als einen, der jetzt jahrelang falsch trainiert hat. Um den wieder in die Spur zu bringen, ist für mich manchmal viel, viel anstrengender, als so einen Jüngling ranzukriegen, der einfach es stumpf nachmacht, was ich ihm sage. Stichwort Trainingsnamen. Ja. Kannst du gucken, aber ich rede jetzt zu laut, zu leise, was ist hier los? Eine, das zweite Goldene Korn, was ich, dieses Buch ist nochmal, für den Fall, dass es jetzt noch nicht der letzte verstanden hat, dieses Buch ist voller Goldener Körner für mich gewesen. Es sind jetzt gerade die einfachen Sachen, nicht die schweren Sachen, die mich so begeistert haben, wo ich dachte, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das zweite Goldene Korn, was mir gestern nicht eingefallen ist, weil ich so aufgeregt war, dich zu treffen, die Suhl. Die Suhl ist eine, es gibt, ich habe gestern Abend noch viel darüber recherchiert, es gibt auch noch Leute, die kloppen sich immer noch darum, ist es jetzt eine, ist es jetzt eine Bereitschaftsstellung oder ist es eigentlich eine Arbeitsstellung? Es gibt, die Leute sagen, okay, eigentlich ist es eine Position für die Bewegung. Darauf will ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus will ist, es ist eine Position, bei der die Waffe nach unten zeigt. Also in den Süden, weil sie ursprünglich von zwei Amerikanern entwickelt wurden, die glaube ich in Brasilien oder in Südamerika irgendwo Beamte ausgebildet haben, die eine furchtbare Mündungsdisziplin haben. Dann hat sich die Suhl irgendwie in den letzten zehn Jahren, so wie ich das damals wahrgenommen habe, hat sich so ein bisschen stilisiert als eine der ersten Markenzeichen, wie, guck mal, wie ich meine Waffe halte, ich bin etwas besser trainiert als du. Das haben damals die ganzen Leute, die ich so begegnet habe, dann fing das dann plötzlich an, guck mal, wie hält der denn die Waffe? Ah, Suhl, boah, sieht ja toll aus, etc. War damals so ein bisschen so als Garant für, aber guck mal, wie gut ich ausgebildet bin. Dann ist, leben wir mittlerweile 2024 in der Szene oder in der harten Szene ist die Suhl etabliert wie sonst was und plötzlich liege ich in deinem Buch zum ersten Mal die verdeckte Suhl. Ich habe gedacht, ah, ist es die verdeckte Suhl, weil deine Arbeitshand, so wie du sie in dem Buch nennst, liegt nicht unter der Waffe, sondern über der Waffe. So, dann habe ich gedacht, ah, ist die verdeckte Suhl, soll weniger eskalativ wirken, Pustekuchen ist es nicht, was ist es? Ja, also ich nenne sie modifiziert Suhl. Wir haben halt auch Nahkampfausbildung gemacht und Entwaffnung, all solche Sachen geübt, natürlich. Und es ist unheimlich leicht, einem Polizeibeamten seine Waffe zu entreißen. Wenn der jetzt in Anschlag geht und dann hole ich mir auch so Brocken raus und dann gehe ich hin, dann habe ich seine Pistole in der Hand, die sind einem manchmal schockiert. Die normale Suhl ist auch ein Lacher, da komme ich von hinten ran, Eingriff, egal was das für ein Monster ist, ich habe nun nicht die dicksten Arme, kann man nun im Radio nicht so hören, ersehen, aber selbst ich schlappi, nehme die Kanone weg. So. Wenn ich also jetzt Polizei schule, entwaffnen, geht es nicht darum, dass die jetzt einen Terroristen entwaffnen sollen, sondern sie müssen erkennen, wie einer mit ganz, ganz wenig Ausbildung die Dienstwaffe entwenden können. Kunstgriff eigentlich, ne? Wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es. Genau, es ist so simpel. Und deswegen, in meinen Schulungen, wenn ich jetzt mit der Polizei arbeite, aber auch Soldaten, gibt es die Suhl nicht mehr, weil sie einfach, ich habe da noch einen Spruch für, den ich jetzt aber nicht bringe, es ist halt, es war eine wirklich moderne Methode, eine Waffe, einsatzgerecht zu halten und die Mündung zeigt in eine sichere Richtung. Damals gab es nichts Vergleichbares, aber das ist halt schon mal locker 30, 40 Jahre her. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Und der böse Mensch, der hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, wie komme ich da ran? Deswegen mache ich diese modifizierte Suhl. Und dann habe ich am Anfang noch so, manchmal so Kritiken gehört, ja, aber sweepen. Niemals sweep man. Ja, aber der Griff ist nicht so gut, der Griff ist viel besser. Also das Modifizier-Sool ist halt so, ich habe die Waffe in der Hand, habe sie verdeckt, ich könnte jetzt, wenn einer meine Waffe greift, könnte ich sofort mit meinen beiden Fäusten Pistole in der Hand zuschlagen. Und darf ich nicht vergessen, in dem Augenblick, wo eine Schusswaffe in Gebrauch wird, sind wir in Lebensgefahr. Und es ist unwichtig, ob das jetzt meine Schusswaffe ist oder dieses Gegners. Also wenn der Gegner jetzt meine Waffe hat, dann kämpfe ich natürlich, wenn er zugreift schon um mein Leben und um meinen Auftrag natürlich auch, also gar keine Frage. Und die einfachste Methode, die Waffe unter Kontrolle zu kriegen, ist das Modifizier-Sool. So, wenn ich jetzt aus der Modifizier-Sool in Anschlag gehe und das kann ich auch jedem beweisen und das tue ich auch. Wir trainieren das natürlich auch im scharfen Schuss. Das heißt, wir stehen dann drei Meter vor der Scheibe oder fünf Meter oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich machen muss, ich habe festgehalten, strecke meine Finger und bin sofort in einen perfekten Anschlag. Es ist sogar einfacher als das normale Suhl. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass immer noch Polizei, einige Polizei, ja, viele machen jetzt schon Modifizier-Sool oder Abwandlung davon, aber es gibt immer noch Polizeibeamte, die echt zu ausgebildet werden. Wohlwissend oder nicht wohlwissend. Fahrlässig, weil die Waffe kann sehr schnell gegriffen werden. Im Zweikampf, wenn ich jetzt meine meine Pistole in der Hand habe, ist ja nicht nur, dass ich mit meinen Fäusten zuschlagen kann. Ich kann genauso gut kämpfen mit meinen Ellbogen und habe die Waffe beim Kämpfen immer noch unter Kontrolle. So, jetzt stelle man sich vor, ich habe jetzt die Pistole in Suhl oder ich fange einhändig an. Das muss ich auch manchmal machen. Aber die große Kontrolle habe ich einfach Pistole in der Hand. Und wenn der jetzt zugreift, ist er natürlich auch fokussiert auf meine Pistole. Ich könnte jetzt sofort zuschlagen, zu schlagen, zu stoßen mit Ellbogen. Ich kann alles machen. Und ich könnte auch noch einen Schuss abgeben in der modifizierten Suhl. Also wenn ich mal ein Training mache, 0,3 Meter, heißt das Ding, da ist dann auch so, dass wir so die Pistole in die Hand nehmen, dann machen wir einen Schuss und natürlich bleibt die Waffe verriegelt. Oder auch wenn sie nicht verriegelt ist, ich mache einen Schuss, sie kann aber nicht repetieren. Richtig. So, dann kämpfe ich weiter. Ich höre nicht auf, nach diesem Schuss zu kämpfen, weil manchmal ist der Gegner, bricht er zusammen. Wenn die Wirbelsäule hinten getroffen hat, bricht er zusammen, ist keine Frage. Aber wenn ich jetzt nur durch die Lunge schieße und der ist voller Adrenalin, dann kann das sein, dass der es gar nicht mitkriegt. Es ist einfach nervig, dass er irgendwas gepikst hat. Aber der kann mich weiter töten, obwohl er einen Lungenschuss hat. Und das heißt, ich höre nicht auf zu kämpfen und erst wenn ich meine Gelegenheit bekomme, dann nehme ich Abstand zum Gegner, mache dann Tap Rack, ich mache dann noch vorher modifiziert. Das heißt, ich schließe. Manchmal ist das so, dass dann die Waffe leicht geöffnet ist. Das heißt, ich schließe und mache aber im Prinzip tatsächlich Tap Rack, nur modifiziert. So, und das heißt, dieses Modifiziert-Sool ist eine für, in meinen Augen, eine der wichtigsten Sachen für die Schießausbildung der Polizei neben den Treffen und der Sicherheit. So, es wird manchmal erkannt, manchmal nicht, aber es ist eine Sache, die halt von der Ausbildung, es ist so simpel. Ja. Ich habe die modifizierte Suhl sofort in mein Programm geschrieben, was ich mit den Beamten durchläufe, weil ich es so elementar, also anders, bei mir ist sprichwörtlich der Groschen gefallen, als ich das gesehen habe. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie kann ich das in zehn Jahren nicht gesehen haben? Bestimmt nicht, weil es mir nie gezeigt wurde, sondern weil ich es wahrscheinlich weniger hoch priorisiert habe als andere Sachen, die in diesem Kurs waren und es deswegen nicht abgespeichert habe. Und das, finde ich, macht diese ganze, ich will nicht sagen Romantik, aber das macht diesen ganzen Kern dieses Buchs als auch der Schießausbildung für mich selber so interessant, weil es sind teilweise die einfachsten Sachen, über die man nicht nachgedacht hat, die man mit wenig, wirklich wenig Zeit in größtmöglicher Konsequenz einfach verinnerlichen kann und die einen direkten Impact auf das Leben da draußen mit der Glandenwaffe haben kann. Ja, da habe ich zwei Sachen zu. Im Kommando haben wir in großen Lettern gehabt, wer aufhört zu lernen, hat aufgehört professionell zu sein. Schreibe mir heute noch hinter die Uhren. Das heißt, ich reise halt viel in der Welt rum und sehe natürlich überall Kniffe und Hinweise. Dann mache ich da Nahkampfausbildung, da Selbstverteidigungsausbildung und, 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 überall, wo ich bin. So, und tatsächlich, ich mache mir viele Notizen, Anregungen. Ich übernehme nicht, im Allgemeinen nicht 1-1, sondern ich brauche dann nochmal sacken lassen. Ich mache auch viel Beratung für Firmen. Dann muss ich das einmal sacken lassen, dann wirklich von allen Seiten beleuchten. So, und dann kommen tatsächlich solche einfachen Sachen raus. Echte goldene Körner, muss man sagen. Ja, aber der Mensch bescheißt sich ja ständig selbst. So, und wenn ich jetzt sage, das habe ich mir ausgedacht, dann vielleicht habe ich dann auch schon mal gelogen. Ich kriege überall Reize, das nehme ich geistig auf. Wenn ich das aufgenommen habe, dann ist das so eine Sache. Dann gehe ich joggen und dann habe ich dann die tolle Idee. In Wirklichkeit habe ich irgendwo den Reiz ja woanders bekommen. Und das muss ich einfach auch zugeben, manchmal weiß ich das nicht, dann denke ich, das war meine Idee. oder ich habe das irgendwo gesehen, teilweise ja auch in Spielfilmen oder wo auch immer ich die Reize herbekomme, das ist eigentlich egal. Mein großer Vorteil ist, ich reise viel rum, sehe ganz, ganz viele verschiedene Sachen, egal wo ich jetzt bin in der Welt. Überall sind gute Ideen, mindestens aber Reize. Ich muss sie halt nur einmal umsetzen, in irgendeinem Kontext sehen. Beispielsweise Rosul, jetzt wollte ich es auch gar nicht sagen, modifiziert Suhl. Ich habe sie früher Rosul, jetzt habe ich ja festgestellt, also von Rosi Suhl. Das ist ja schon klar. Und ich will aber gar nicht mehr Rosul sagen, weil ich habe, wer ist gestellt, ich habe so ein YouTube-Video gesehen von so zwei dicken amerikanischen Polizeibeamten und die haben meine Argumente eins eins in ihrem Video, haben gesagt, wir hatten so viele tote amerikanische Polizisten und das hat mich so verunsichert. Habe ich das vielleicht schon mal in Teilen gesehen und habe dann gedacht, das ist meine Idee, ich weiß das nicht. Ich habe auch das Problem mit Magpul damals gehabt. Bei mir heißt das Ding Emergency Kneeling und jetzt habe ich vergessen, wie das bei Magpul heißt, da geht es nur darum, ich schieße gerade aus und dann mit dem Sturmgewehr und dann gehe ich mit den Knien runter und ich mache das halt knieeng und er macht das Knie aus. Aber die Sache ist die, das sind halt Profis, die lange über ein Problem nachgedacht haben, kam zu einer Lösung und ich behaupte, wenn man lange genug Zeit hat und du wirst auch auf diese Lösung gekommen, wenn du jetzt deine Reize gehabt hättest, zum Beispiel bei der Nahkampfausbildung, wenn du jetzt sowas mal machst und du wirst jetzt entwaffnet und sagst, so geht das nicht und wie kann ich das besser machen. Wenn du genügend Zeit hast, um da über Nacht zu denken, kommen wir, also die Ausbilder, also die richtigen Ausbilder. Ich habe gestern dir mein Schlagwort mal so gesagt, fandest du vielleicht gar nicht lustig, aber war auch gemein, aber ich sage es so, du erinnerst dich? Ich glaube ja, aber ich will es nicht vorweg. Schießbahnausbilder? Ja. Und wer also Profis und lange genug über ein Problem nachdenkt, wird auf die gleichen Lösungen kommen. Rückstoßkontrolle, man muss ja ein bisschen über Physik nachdenken und dann kommt man auf die gleiche Lösung. Also nicht unbedingt im Detail auf die gleiche Lösung, aber wenn wir uns heute Anschläge anschauen, wenn wir uns heute überlegen, Nachladetechniken, Magazinwechsel und, und, und. Wir hatten früher drei Arten von Magazinwechsel. Heute macht man nur noch einen Magazinwechsel. Also ich rede nicht von Nachladen, also tatsächlich Magazin. Wäre der taktische Magazin, wäre der Magazinwechsel. In einigen Einheiten wäre das immer noch so kompliziert gemacht. Ich muss jetzt sagen, aufgrund meiner Erfahrungen so im Detail, siehst du, dass du ein neues Magazin reinklatschst. Wenn du Zeit hast, ordne deine Magazine, das reicht schon. Weil in einer High-Stress-Situation, ich komme nur gleich nochmal mit dem Spruch, ich soll hier nicht raufklatschen, richtig? Es ist, ich, äh. Ja, habe ich selber gemerkt. Es ist egal, kann sich der Tontechnik auf den Rund stellen. Also schieß los, weiter. Ja, auf jeden Fall. Ist gerade so spannend. Nee, auf jeden Fall, wenn man lange genug über ein Problem nachdenkt und auch die Zeit dazu hat und die Reize bekommt, dann kommt man tatsächlich fast immer auf sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Das ist schwierig manchmal auch, ne? Weil man denkt so, okay, man hat was erfunden oder man ist auf eine Idee gekommen und dann merkt man, dass jemand anders sie schon hat. Ja, ja, natürlich. Für mich natürlich auch bitter, weil ich habe ja gesagt, dass ich gerne viel lese. Und dann stellt man vor, fest, ja, meine geile Idee hat er schon vor zehn Jahren gehabt. Und nur er konnte es nicht publik machen oder warum auch immer. Nee, also vieles, was da steht, kann man auch woanders nachlesen und es gibt auch einige Wahrheiten. Da brauche ich auch gar nicht rumdoktern. Aber im Detail ist das denn so, das, was da drin steht, ist halt die Erfahrung, die ich halt nicht nur draußen gemacht habe, sondern vor allen Dingen mit Students und zwar alle Klassen. Die unerfahrene Dame bis hin zu den Essikaler oder mit irgendwelchen anderen. So, und die Erfahrung, die habe ich versucht, jetzt hier in dem Buch zusammenzufügen. Oh, wir machen da weiter. Ganz kurz, ich möchte Julius von Operative Fähigkeiten. Zwei Jungs, die ich sehr schätze, Mike und Julius. Und ich komme da drauf einfach nur, weil ich eine Sache vorwegnehmen möchte. Julius hat letztens zu mir gesagt, Moritz, wir leben in einer Welt, wo viele Leute auch Fragen fragen, um zu zeigen, dass sie wissen, wissen. Ich habe auch eine ähnliche Situation gehabt und zwar dann ging es damals darum, dass ein Ausbilder, den ich sehr gut fand, den ich nie persönlich gesehen habe auf YouTube, Matt Graham, ehemaliger Air Marshal. Ziemlich geile Schießausbildung, was die Air Marshal in Amerika machen. Er hat in einem seiner Kurse, und das Video gibt es immer noch, geht es um das Thema Lowlight. Er schießt FBI Modified. Das heißt, wir haben die Taschenlampe am ausgestreckten Arm der Arbeitshand und schießen mit der Schusshand. Was dazu führt, dass wir, oder ich glaube, der Hintergrund, warum es gemacht werden soll, ist, hey, pass auf, so und so viele Bösen, die sehen die Taschenlampe und das Erste, was die Leute machen, ist die Taschenlampe als Haltepunkt nutzen. Wenn es dann geht. Wenn es dann geht. Matt Graham war damals der Erste, der zu mir gesagt hat, pass auf, Moritz. Er hat das nie gesagt, aber er hat das in meinem Kopf gesagt, weil, wie gesagt, ich habe nur das YouTube-Video gesehen, aber ich habe mich persönlich angesprochen und er hat gesagt, okay, jetzt denk aber mal das. Du, die meisten Leute, gegen die jemand den Schusswaffengebrauch ausüben muss, sind das gute Schützen oder sind das schlechte Schützen? Und er sagt in seinem Video, oftmals sind das schlechte Schützen. Es geht um Amerika. Und dann sagt er, und die meisten Leute, sind das Linkshänder oder Rechtshänder? Sind Rechtshänder. Und dann sagt er, okay, gut, jetzt nimmst du auch als Rechtshänder deine Supporthand oder deine Arbeitshand, streckst die Taschenlampe so weit wie möglich von dir weg, damit die niemand als Haltepunkt nimmt. Und was machen die Leute? Sehen wir, wenn sie das trotzdem als Haltepunkt nehmen. Was ist denn der meiste Schießfehler, den wir sehen als Rechtshänder? Das ist tief links. Und dann sagt er, nicht nur, hast du jetzt gerade irgendeinen Idioten, von irgendeinen Idioten hast du dir eine Kugel kassiert, sondern du hast ihm auch noch geholfen, weil du ihm den perfekten Haltepunkt gegeben hast. Ja, stimmt schon. Für einige Schützen oder Kämpfer ist die sicherste Position hinter der Zehen, wenn die eigentlich schlecht genug schießen. Und das ist so in meinem Kopf gewesen. Und irgendwann hatte ich einen Kurs bei Larry Vickers. Also mit Larry Vickers von Henning Hoffmann damals organisiert. Und da war ich nämlich genau der Typ, der Fragen fragen wollte, um zu zeigen, um zeigen wollte, dass er Wissen weiß. Und Larry Vickers sagt, ja, ja, das hast du von mir, das hast du bei mir gelernt. Und also Larry Vickers hatte denselben Gedanken und hatte damals gedacht, dieses Haltepunkt, nur mal, das hätte ich von ihm. Also offensichtlich sind Matt Graham und Larry Vickers da auch dieselbe Idee gekommen, weil sie sich wahrscheinlich lang genug mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, wobei, das ist überhaupt nicht meine Philosophie. Also ich habe meine sieben Basisanschläge, die ich, oh, was wirklich so ist, da nehme ich keine englischen Ausdrücke. Ich habe meine deutschen sieben Basisanschläge für Lola schießen. Okay, sind auch drin. Und da geht es einfach darum, man muss grundsätzlich unterscheiden, bin ich jetzt direkt im Feuerkampf und dann mache ich fürs Schießen das so einfach wie möglich. Aus vielen Situationen unterstütze ich meine Hand. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich es mache, aber darum geht es gar nicht. Ich muss halt sicher schießen können. Wenn ich jetzt aber in der Phase navigieren bin, also von A nach B, also als Soldat habe ich mein Nachtsichtgerät, aber der normale Polizeibeamte, ich rede jetzt nicht, der hat kein Nachtsichtgerät, der muss halt mit seiner Taschenlampe erstmal leuchten, dann Licht ausmachen, im Dunkeln sich fortbewegen, bis er dann am Objekt ist und dann macht er dauerlich. Das sind die Standards. So, und das heißt, die sieben Basisanschläge sag ich grundsätzlich, muss jeder Polizeibeamte können. Später im Einsatz wird er seine Schokoladenanschläge machen. Und solange er seine Grundsätze einhält, dann ist ja auch klar, einem Polizeibeamten, der jetzt einen Terroristen erschießt und aus Versehen noch ein Kind mit erschießt, der kriegt mit Sicherheit vom Innenminister ist ja kein Fleißkettchen mehr. Das heißt, er muss treffen. Und das kann dann auch irgendwo nur der Fokus sein. Denn der Auftrag vom Polizisten ist ja nicht, Verbrecher festzunehmen, sondern die eigene Bevölkerung zu schützen vor Verbrechern. Welche Mittel er dazu einsetzt, das ergibt die Situation. Das kann Schießen sein, kann aber auch hier Handschellen anlegen oder was auch immer. Das ist, will ich gar nicht jetzt in die Tiefe gehen. Aber diese sieben Basisanschläge, wenn man damit arbeitet, dann kann man seinen Auftrag erfüllen. Und deswegen, ich gehe jetzt gar nicht in diesem Falle so in die Tiefe, sondern ich hatte vorhin schon mal was für eine Toolbox gesprochen. Richtig, die kriegen ihre Toolbox und dann in der realen Situation, dann passiert es. Ganz witzige Sache, wo ich vor, oh Gott, 20 Jahren angefangen habe, mich intensiver mit Lowlight zu befassen. Da ging es dann auch darum, da gab es hier so ein Handbuch, Lowlight und das war so kompliziert. Und dann vielleicht kennen noch einige Neckindex. Ich bin ein großer Verfechter vom Neckindex. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst und wie ich mich damit jetzt ins Ausgeschossen habe. Ja, okay. Also Neckindex, so habe ich es auch gemacht. Und dann irgendwann habe ich ja festgestellt, dass je höher der Stress ist, wenn ich also einen Parcours durchlaufe oder irgendeine taktische Nummer, dann habe ich gar nicht mehr Neckindex gemacht, sondern wenn ich jetzt im Dustern von A nach B gehe und Ziele ausschalten muss, dann kann ich ja das Ziel anleuchten. Aber wenn ich kaum noch meine Visierung sehe, dann ist das natürlich Müll. Neckindex heißt, das Visier ist schwarz. Deswegen mache ich nur noch Kopf. Okay. Das heißt, die Lampe muss wenigstens ticken über den Augen. Und egal, ob ich einen Helm auf habe, ich habe das Ding da oben, ich kann das Ziel anstrahlen und gleichzeitig habe ich meinen Visier angestrahlt. Wenn man mich zu der Zeit, wo ich dann irgendwann mal das so jetzt umbenannt habe und auch anders mache, wenn man mich jetzt gefragt hätte, beim Schießen, welchen Anschlag nimmst du denn? Da hätte ich geschworen, dass ich entweder tief nehme, also mit der Faust die Lampe anschalte oder Waffen nach rechts. In den Stresssituationen, also mit FX von A nach B, war tatsächlich im Stress fast jedes Mal, dass ich Kopf genommen habe. Das heißt, du hast aus dem Neckindex einen Tempelindex gemacht mit der Lampe? Ich nehme extra diese Ausdrücke nicht. Im Prinzip ja. Für die Leute, die jetzt gerade das Fragezeichen über dem Kopf haben, kauft euch das Buch, da steht jetzt alles drin, aber ich erkläre es trotzdem einmal. Der Neckindex ist, dass ich hier meine Taschenlampe an meinen Kiefer halte und die quasi dahin slave, dass ich drücke die ganze Zeit mit der Taschenlampe gegen meinen Kiefer. Das bedeutet, egal wo ich hingucke, nach links, rechts, oben, unten, die Taschenlampe folgt mir oder folgt meinem Blick, der Bewegung meines Kopfes. Richtig. Sehr gut. Und bei Kopf, wenn ich also jetzt Kopf nehme, ist der Riesenvorteil, ich kann die gleichen Vorteile wie das nutzen, plus mein Visier ist angestrahlt. Und wie gesagt, ich selber habe das gar nicht mitbekommen, dass ich im Stress, wenn ich in solchen Situationen bin, dass ich dann tatsächlich mal Kopf gemacht habe. Jetzt kommen wir noch mal zu den Argumentationen. Da, wo geleuchtet wird, wird auch hingeschossen. Ja, dann kriege ich einen Kopfschuss. Jetzt könnte man natürlich Wickers nehmen. Ja, nee, nee. Außer du bist ein Profi, dann schießt er ja daneben. Also die sicherste Situation ist ja am Kopf. Jetzt gibt es noch andere Diskussionen, wenn wir jetzt mal ein klein wenig einschwenken in das Thema Material. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch bei der Polizei in Deutschland. Also für mich ist, nimm so viel Power, wie du kannst. Wenn ich dich jetzt anstrahle mit meiner Taschenlampe. Sprechen wir von Lumen gerade? Ja. Okay. Also von der Leuchtkraft der Candle oder von, also die Leuchtkraft. Die Leuchtkraft der Taschenlampe. So, wenn ich mit meiner Taschenlampe, mit meiner Taktischen dich jetzt anstrahle, wirst du nicht in meine Richtung gezielt schießen können. Das geht nicht, weil sie halt so stark ist. Die hat 1600 Lumen. Damit gehe ich dann mal schön in die Augen. Also auch wenn du die Augen schließt, werde ich dich blenden. So. Und das heißt, ich höre dann manchmal, die meisten gehen meinen Weg, aber ich höre dann Argumente, nee, ich will nur 400 Lumen. Das reicht ja auch zum Leuchten. Für mich ist aber die Taschenlampe beispielsweise, die taktische Lampe, ist viel mehr als nur irgendwas Ausleuchten. Ich nehme das tatsächlich als Einsatzmittel auch zum Bestrafen oder zum Ablenken. Also auch wenn du die Augen schließt, ich leuchte in dein Gesicht. Du wirst danach, wenn du die Augen wieder öffnest, auch den Spot haben, da wo du gerade hinschaust, wirst du mich gar nicht richtig fokussieren können. Das ist biologisch unmöglich, weil du dort deine Blendung hast. Andersrum, wenn du gezielt schießen willst, geht das gar nicht, weil sie einfach zu viel, zu stark ist. Es ist zu viel, alles weiß. Du kannst in meine Richtung einen Deutschschuss machen, das ist gar keine Frage. Und auch einen Deutschschuss kann man treffen, das ist auch keine Frage. Man kann ja auch nicht nur mit Absicht treffen, sondern auch außersehen. Das ist halt unser Risiko, sage ich auch immer zu den Beamten oder Soldaten. Ja, das ist halt, das ist unser Job. Unser Job ist gefährlich. So, wenn du damit nicht klarkommst, dass du eventuell Menschen töten musst oder du getötet wirst, wenn du damit nicht klarkommst, dann wirst du doch Bäcker. Bäcker ist auch ein ehrbarer Beruf. Aber damit musst du klarkommen. Sonst kannst du nicht Polizeibeamter werden oder Soldat werden. Das gehört zu unserem Job dazu. Das ist unser Beruf. Für Spezialen halten auch Berufung, aber das ist halt so. Das muss man akzeptieren. Ist auch so ein bisschen dieses Combat Mindset Ding. Da würde ich mal drauf einsteigen, weil, wir haben jetzt mal noch Taschenlampenfragen vorgestellt. Vielleicht ganz kurz, also du redest mit jemandem, der es mal geschafft hat, der wollte Lowlight an der Barrikade schießen, hat dann sich rausgelehnt, aber dann noch seine Barrikade angeleuchtet und hat es geschafft, sich selber einfach zu erblinden vor einem Publikum. Wunderbarer Moment. Auch ein goldenes Korn mache ich seitdem nie wieder, habe ich gelernt, bleib für immer drin. Sehr gut. In dem Buch geht es super viel um das Thema Handhabung und ich kann nicht, ich habe das Gefühl, ich werde dem nicht gerecht, wie ich es stressen möchte, dass jeder, der im Dienst eine Waffe führt, sich meiner Meinung nach dieses Buch zu Gemüte führen sollte, weil einfach die goldenen Körner, es ist, ich bin immer der Meinung, Training, Training, Training bei so vielen Leuten wie möglich, so viel Erfahrung sammeln wie möglich bei vielen Leuten. Hier ist einfach so viel drin und ich sage noch einmal, der Unterschied zu anderen Büchern ist, hier geht es ganz klar um das Kämpfen mit der Pistole. Was ein großes Unikum für mich ist in der Szene, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Freundin von mir ist bei der Polizei. Ich habe sie mal mit auf die Range genommen, weil es dann klar war, ich schieße und dann sagt sie, ja, sie muss hier die Lüt schießen und Leistungsüberprüfung. Dann haben wir den ganzen Tag geschossen, wunderbar, wunderbar offen, und das ist mittlerweile eine richtig gute Schützin und am Ende hat sie mich gefragt, naja gut, das Handwerk verstehe ich jetzt, aber wie bereite ich mich mental da mal vor? Hast du Tipps für Leute, die diese Berufung spüren, aber vielleicht nicht klar sind, wie sie sich darauf vorbereiten können? Also gibt es einen Prozess, den du, oder wie hast du das gemacht? Also 82 bin ich zur Armee und mein Mindset oder die innere Einstellung war einfach, ich wollte mich austoben, bin ich mal ganz ehrlich. Ich wollte nicht hier ein NATO-Angehöriger sein und gegen die Russen kämpfen. ich wollte mich austoben. Abenteuer. Abenteuer, genau. Also wenn wir ganz ehrlich sind, so bin ich angefangen. Dann kam nachher, und das ist so, ein abgrundtief schlechter Mensch, der wird mit Sicherheit kein guter Mensch mehr werden. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ein normaler Mensch, das Mindset bildet sich auch im Laufe der Jahre durch gute Vorbilder, durch akzeptieren, was mein Auftrag ist. Und das heißt, ich selber bin, ich habe ja gesagt, ich habe ein mechanisches Gehirn, ich unterglieder Mindset ja in verschiedene Sachen, so ein Live-Mindset. Also ich gehe nicht wie ein Schlumi, hast du vielleicht gestern gesehen, als wir vom Restaurant dann zum Hotel gegangen sind. Du wirst nicht sehen, dass ich jetzt direkt mit der Schulter an der Wand gehe, weil das Nächste, was ich sehe, ist vielleicht die Faust oder das Messer im Hals oder sonst irgendwas. Da nehme ich Abstand. Und trotzdem bin ich ziemlich entspannt. Aber ich bin nicht so lässig, dass ich sage, ich habe so viele Leben, ich bin keine Katze, ich habe nur ein Leben. Das heißt, ich habe so ein paar Sachen, wie ich halt rangehe. Situatives Bewusstsein. Das ist ein Teil. Ich versuche, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche auch, mich nicht über Sachen aufzuregen, die ich so und so nicht ändern kann. Das ist einfach so ein Ding. Was haben meine Mitbürger davon, wenn es mir schlecht geht? Also wenn ich jetzt immer so, ich bin absolut positiv, nein, nicht absolut, aber ich bin überwiegend ein positiver Mensch. Also ich habe auch viele Sachen, die weiß ich gar nicht mehr, was schlimm war, einige Sachen natürlich schon. Verlorene Kameraden werde ich nicht vergessen, aber so viele Sachen, wo es mir mal schlecht ging, die vergesse ich und deswegen habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Leben. So und das will ich auch verkörpern. So das heißt, ich kann ohne Probleme meine Jungs hart ausbilden und in der Pause schlagen wir uns auf den Schenkel und sagen, Mensch, alter Schwede, ich habe alles blaue Flecken und so und dann weiter geht es. Und dann gehen wir wieder rein, gehen an die Sache ran. Das heißt, ein Mensch, der grundsätzlich erstmal positiv eingestellt ist, Live-Mindset, der kann natürlich auch andere mitreißen. Und dann gibt es Menschen, für die ist immer das Glas halb leer. Für mich ist es halb voll. Nicht immer, aber ich versuche danach zu leben. Und dann gibt es so einige Sachen beim Live-Mindset, aber ich denke mal, da kommt jeder drauf. Was haben die anderen davon, wenn ich jetzt grießgrämig bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mir gegenüberstehen, auch grießgrämig. Was haben wir davon? Was steckt an? Ja, das ist, da möchte ich lieber, dass wir einmal mehr lächeln. Ich gehe hin zu meinen Soldaten, die wissen genau, was ich meine. Guten Morgen, ihr kleinen Kackachchen. Die wissen genau, das ist überhaupt nichts Böses und darf ich das eigentlich gar nicht machen bei der Armee. Das ist also eine Ausdrucksweise, die nicht gewünscht ist. Aber meine Jungs, behaupte ich mal so, die wissen, dass das herzlich ist. Und trotzdem liege ich mit denen in der Kälte, beim March-Training, Fastrube mit denen, auch mit 61 kann man noch aus einem blöden Hubschrauber runterrutschen und, und, und. Ich mache alles mit denen mit bei sechs Tagen, bei Jagdkampfausbildung. Es ist für mich immer noch eine Freude. Die sehen also, ich mache das mit den Jungs mit. Ich mache nicht alles mit. Also wenn wir beim Schießtraining sind, werde ich keine Hülsen mehr sammeln. Dann frage ich meine Jungs, na, Männer, warum sammle ich keine Hülsen? Und dann kommt so als Antwort kein Scheiß. Ja, weil es keinen Spaß bringt. Richtig, ich habe die verstanden. Also die sehen jetzt auch nicht so, dass sie da keinen Bock drauf, ja doch, ich habe keinen Bock drauf. Also das ist auch unbestritten. Das nehmen sie mir aber nicht übel, weil die genau wissen, ich arbeite halt, wo die frei haben, in der Vorbereitung und so. Also ich behaupte, das nehmen sie mir nicht übel. Das ist Respekt und Anerkennung. Ja, aber sie wissen halt, ich verpisse mich nicht im eigentlichen Sinne, sondern das mache ich jetzt nicht, weil da kann ich was Besseres machen in der Zeit, was Effektiveres, auch für die Jungs. Oder ich brauche auch mal eine Erholung und das nehmen sie mir nicht übel. So, und das heißt, man kann sie trotzdem, obwohl man so ist, wie man ist, kann man sie trotzdem mitnehmen. Und ich hoffe auch, ich hatte vorhin davon gesprochen hier, das gesprochene Wort ist wichtiger als das geschriebene, auch wenn es nicht stimmt, aber ich versuche danach zu leben. Und wenn ich auch nur drei Mann mitnehme, die jetzt auch wieder diese preußischen Tugenden, bin und das hat nichts mit Preußisch zu tun, dass wir haben auch viele Kameraden in Seedorf hier, Schwarze und Asiaten, Türken dabei und also solche Menschen, das sind alles super Kameraden, die ich kennengelernt habe. Also auch die sollen preußisch, positiv preußische Tugenden natürlich anwenden, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, bla bla bla. Der eine oder andere will das gar nicht hören, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich versuche danach zu leben und wie gesagt, vom Mindset, wenn ich also das vorlebe, dann kann ich den einen oder anderen mitreißen und den einen oder anderen habe ich auch rangekriegt. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in meiner Kompanie war, also nach meiner aktiven Zeit, das waren teilweise schlappe Säcke. Also da mussten wir dann einen Eilmarsch machen, das war nicht geplant. Mein Chef hat dann gesagt, ja 1600, da und da sein, gucke ich auf den Wecker, oha, das heißt im Laufschritt. So, dann laufen wir und dann kacken die da ab. Und dann fühle ich mich unbegreiflich, dass ein Fallschirmjäger nicht fit genug ist. So, was habe ich, die haben natürlich einen Atomeinlauf gekriegt und dann habe ich denen ins Gewissen gesprochen. Also wir machen Wochenendtraining oder auch manchmal eine Woche. Mit euren jetzigen Ausbildungsstand werdet ihr nicht besser, ihr werdet einfach nur noch leiden. Ihr werdet nichts lernen, ihr werdet leiden, aber leiden kann auch ein Hausschwein, das ist keine besondere Tugend. So, und dann habe ich sie dazu gekriegt, viele, dass die jetzt in ihrer Freizeit Sport machen. Ist natürlich gleich eine Doppel. Ist gut für Deutschland, wenn wir weniger Kranke haben, weil sie halt sportlich sind und für die Armeen natürlich gleich doppelt gut, weil sie halt so fit sind, dass sie möglichst viel lernen. Und das ist ja das Fitness, habe ich auch meinem Sohn gesagt vor Afghanistan. Es ist halt unheimlich wichtig, dass wir fit genug sind. Und auch da, dieses Verständnis für, warum müssen wir fit sein, ist natürlich auch ein Live-Mindset. ist gerutscht in alles rein, das ist gar keine Frage. Ich gebe da direkt ein goldenes Korn mit, worüber wir gestern gesprochen haben. Wir haben gestern kurz über das Thema Fitness gesprochen. Ich glaube, die Einleitung war, dass ich mich wahrscheinlich über irgendwas beschwert habe, was irgendwie in die Richtung geht. Alle wollen tactical sein, aber viele Leute sollten einfach mal mit Liegestützen anfangen. Dann haben wir gemerkt, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, Jerry Meyer, wo ich meinen ersten TCCC und wahrscheinlich auch den einzigen echten TCCC-Kurs gemacht habe. Top, Mann. Der beste Deutschsprachige. Auf den lasse ich nichts kommen. Und da hast du mir wieder was gesagt, über das ich nachgedacht habe und vorher nicht. Fitness generell ist nicht nur das Taktischste, was man machen kann. Es hilft uns sogar nicht nur beim Ausführen unserer Pflicht oder eurer Pflicht, sondern selbst wenn ich verwundet werde, selbst dann sind meine Chancen höher als fitter Mensch. Ja, also mein Sohn ist 2010 nach Afghanistan und ein paar Kameraden aus meiner Gruppe. Und dann hatte ich natürlich Schiss um meine Soldaten und habe mich dann auch freiwillig gemeldet. So kam das dann. Nachher ist alles ganz anders gekommen als geplant. Ich musste dann früher, das heißt, wir haben uns gar nicht in Afghanistan getroffen, aber meinen Jungs habe ich mitgegeben. Egal wo du bist, seht zu, dass ihr Sport macht. Wenn es euch erwischt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, wenn du fit genug bist, weil dein Kreislauf einfach stärker ist und mehr einstecken kann, viel, viel höher. Und das eine ist jetzt ganz egoistisch für dich selber. Du wirst eine Verwundung mit höchster Wahrscheinlichkeit eher überleben, wenn du fit bist, als wenn du nicht fit bist. Und das ist mein Sohn, den will ich auch heil wiederhaben. Das habe ich denen mitgegeben. Sie haben es knallhart durchgezogen, meine Jungs, also aus meiner Gruppe. die haben dann weiter trainiert, also wenn andere faul irgendwo rumgelegen haben, sie waren joggen. Also da haben sie sich dran gehalten. Das nächste, was ich ihnen mitgegeben habe, jeder muss sein Testament schreiben, darf ich gar nicht befehlen und mir dann geben. Ich habe es dann eingesagt und nach dem Einsatz zurückgegeben. Aber das ist auch so ein Ding, wenn man ein Testament geschrieben hat, jetzt dienstlich, dann kann man auch freier arbeiten. Man muss nicht im Feuergefecht, oh, wenn es mich jetzt erwischt, was passiert mit meinem Reichtum? An wen gebe ich das? Sondern hat man vorher alles geregelt. Ist eine richtig gute Sache. Die Samurai haben es ja auch so gemacht, aber es sind nicht die Samurai, sondern es ist einfach so, man selber ist effektiver. Also diese Art, fit zu sein, ganz egoistisch für die eigene Verwundung, nicht egoistisch für die Kameraden oder auch wieder egoistisch, ist natürlich, wenn ich jetzt völlig erschöpft am Boden liege, kann ich meinen Kameraden nicht mehr helfen. Wenn ich topfit bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich länger kämpfen kann, natürlich höher. Und ich als Ausbilder, sind wir im Ausbilder-Mindset, alle Toten um mich rum und das sind leider einige, Tote und Verwundete, das, was einen wirklich auch nachhaltig betrifft und auch traurig macht, speziell, wenn man die vorher ausgebildet hat, kann aber sagen, ich habe die Jungs hart ausgebildet, die haben halt Pech gehabt, die hat es erwischt. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte sie nicht hart ausgebildet und dann hat sie erwischt. Denn wäre vielleicht, würden die jetzt auf meiner Seele lasten, weil ich sie nicht gut genug ausgebildet habe, dass sie rauskommen. das aller, allergrößte Lob habe ich von Mike bekommen, ich nenne jetzt den Nachnamen nicht, aber Mike, falls du das hörst, du warst derjenige, der kam zurück, hat ein Auge verloren, die eine Gesichtshälfte zermatscht, einen gelähmten Arm und der kam dann zu mir nach dem Einsatz, als er aus dem Hospital raus ist, aus dem Krankenhaus, saß vor mir und sagt dann, Rosi, vielen Dank, ohne deine harte Ausbildung hätte ich nicht überlebt, würde ich hier nicht sitzen. Wird für den General sagen, wie toll ich bin, das interessiert mich gar nicht. Aber dieses Ding, das ging sehr, sehr tief und ich habe mich dann auch dafür bedankt, dass er es überhaupt gesagt hat, da könnte ja auch ganz anders drauf sein, es hat ihn ja erwischt. Aber der hat es überlebt und sagt, ja, das war der Grund. Und dann sage ich auch jedem, wenn ich ein Ausbildertraining mache, trainiere auch viele Schießausbilder, oder auch Schießlehrer, je nachdem welches Land. Ich übergebe euch jetzt die Verantwortung für das Leben eurer Beamten oder Soldaten. Das habe ich jetzt an euch weitergedrückt. Denkt dran, wenn ihr, also ein ganz großer Spruch, den habe ich schon 1983 gelernt, ein Führer strebt nicht nach Beliebtheit, auch nicht nach Unbeliebtheit, aber nach Beliebtheit, das heißt, ihr müsst alles machen, dass die Jungs ihren Auftrag erfüllen und lebend rauskommen. Weil, wenn es die erwischt und du hast jetzt gesagt, oh nee, dir ging es nicht so gut, wir gehen heute nicht schießen, das riechen nicht oder irgendeine andere Sache. Was ist, wenn es den am nächsten Tag erwischt? Auf deiner Seele wird vielleicht das Leben dieses Menschen lasten. Und ich hoffe auch, dass alle Kompaniechefs, Zugführer, Bataillonskommandeure, Regimentskommandeure, dass die genauso denken. Also, nehmt die Männer hart ran, damit sie heil nach Hause kommen. Und für die Polizei, ja, Drillausbildung gilt auch für die, auch heute noch, und das ist immer noch modern, ist notwendig, um die Männer und Frauen auf ihren Einsatz vorzubereiten. Drillausbildung, vielen übrigens kein Spaß, und das, da geht es auch gar nicht um Spaß, da geht es darum, wir müssen die, die Beamten und Soldaten vorbereiten auf den Einsatz. Und hoffentlich kommen wir nie in die Situation. Ist das Buch, was du geschrieben hast, ist das ein Stück weit deiner Art und Weise oder ein Teil für diese Sache, dann deinen Partner zuzuleisten? Unbedingt. Also, das ist die große Zielsetzung. Ich habe es auch im Vorwort schon drin, in der Einleitung, an wen ich es eigentlich geschrieben habe. Ich habe es geschrieben für Polizeibeamte und Soldaten. Das ist meine Zielsetzung. Und wenn ich auch nur ein einziges Leben gerettet habe, weil sie das Buch gelesen haben und danach auch trainiert haben, also nicht lesen, alleine reicht überhaupt nicht, muss ich gleich noch eine lustige Sache zu sagen. Das reicht nicht. Man muss auch danach dann leben und auch danach trainieren und auch die Ernsthaftigkeit dahinter sehen. Und für mich gibt es im Übrigen hier ist kein Widerspruch Spaß und ernsthafte Ausbildung. Also auch hammermäßig harte Ausbildung darf Spaß machen. Jeder Leistungssportler, der geht an seine Grenzen bis zum Schluss. Trotzdem, gut, Spaß ist gar keine, ist nicht da richtig, außer Freude. Freude, Freude ist ein wesentlich besserer Ausdruck dafür. Aber das ist so das Ding, wenn ich auch nur ein einziges Leben gerettet habe oder ein Terrorist wird mehr ausgeschaltet, dann ist alles gut. Tatsächlich sind die Kurse, die am schwersten waren oder den härtesten Instruktor hatten oder die neueste Sache waren, also folglich am schwersten waren, weil sie unbekannt waren, die Kurse, wo ich am meisten Freunde dran hatte. Gut. Ich muss aber auch sagen, es waren auch beinharte Kurse. Also ich habe es gestern auch kurz erwähnt, einer der Kurse, wo bei mir zum Beispiel auch mal der Groschen gefallen ist, war das Thema Nahdistanz, weil du jetzt mehrfachs nur von Distanz zu 0 bis 3 Meter gesprochen hast. Das war Defensive Pistol 2, auch von Olli, wo wir zwei Tage lang einfach nur mit FX auf einer Matte gehockt haben und dann Szenario-Training gemacht haben, was, wie kann ich meine Dienstwaffe nutzen in der absoluten Nahdistanz. Mein goldenes Korn war, ich, an meinem Ausbildungsstand damals und vielleicht auch heute, kaum. Alles, was Concealed Carry war, alles, was das schnelle Ziehen ist, wo Leute schon irgendwie einen Meter vor mir stehen oder spätestens zwei Protagonisten und so, ich hatte noch nie so viele Störungen, weil der Verschluss irgendwie meine Jacke gefangen hatte oder jemand hat in den Verschluss gegriffen, die Waffe war out of battery, also analog zu dem, was du sagst, okay, pass auf, als erstes mal den Verschluss schließen, schließen, weil dann löst sich nämlich nicht nur ein Schuss, dann löst sich gar keinen Schuss. Das Thema, wenn ich gemerkt habe, okay, gut, die Situation ist für mich unklar, weil zwei Leute erzählen erst und plötzlich tritt einer raus und dann versuchen sie plötzlich mich irgendwie ins L zu nehmen. Riesenkurs, unglaublich viele blaue Flecken und die meisten Freude dran. Ich möchte diesen Podcast, wir hatten vorhin auch nochmal darüber gesprochen, das ist ja ultra nischig, was wir machen. Plötzlich sind, jemand wie ich, kann jemand wie du interviewen für ein Thema, was in Deutschland sowieso nischig ist, das Thema Schießausbildung, Schießen, moderne Feuerwaffenanwendung und trotzdem haben wir gutes Feedback gekriegt von Leuten, die das cool finden, die da auch Freude dran haben, die überlegen, den Weg zu gehen. Was kannst du diesen Leuten, vielleicht wieder der nächsten Generation oder, oder, oder raten? Wie wird man ein, wie wird man ein guter Schießausbilder? Wie wird man ein guter Kommandosoldat? Wie bereiten sich, wie bereiten sich die Leute vor? Wie, worauf kommt es an? Fange ich auch mit Schießausbilder an. Ich rede jetzt zum Beispiel, ich hoffe, ich habe dich gestern nicht angegriffen. Wenn ich einen wirklich beleidigen will, dann sage ich, es ist ein Schießbahnausbilder. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als Ausbilder nur zusehe, dass jetzt ein Student seine Schießprüfung schafft und das ist leider, ganz, ganz viele Ausbilder machen das so, dann ist das grundsätzlich für Waffenträger, also berufliche Waffenträger, also Soldaten, Polizisten, Personenschutz, blablabla, ist das ja nur nichts weiter als eine, diese Prüfung ist ja nichts weiter als eine Mindestleistung, die abgerufen wird. Korrekt. So, keine Höchstleistung, das ist eine Mindestleistung, die Sie erfüllen müssen. Keine Höchstleistung. Wenn ich also jetzt als Ausbilder dort rangehe, dann sollte ich das gesamte Spektrum abdecken. Ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von dir. Ich finde das, im Übrigen, du hast mich auch gestern dazu gebracht, nochmal nachzudenken, wie, also jetzt wirklich der Gutmensch, habe ich gestern so empfunden, weil du immer gesagt hast, dass du Polizeibeamten hilfst, dass sie in der Schießleistung nach oben steigen. Du bist jetzt ausdrücklich dort nicht angesprochen worden. Ich spreche jetzt den an, der Polizeibeamte, der Schießausbilder ist oder der Soldat, der Schießausbilder ist und ich bleibe jetzt mal bei den Soldaten. Das macht für mich jetzt die Sache viel, viel einfacher, weil ich länger Soldat war, als dass ich polizeilich tätig war. Der wirklich gute Ausbilder hat die 360 Grad. Ich nehme jetzt mal bei, mein Beispiel als ehemalige Spezialkraft. Ich bringe bei, das Schießen vom Hubschrauber, von Maritimplattformen, Thema wäre jetzt, modern, Antipiraterie wie da, aber geht es gar nicht darum, Deckungsfeuer von einer Maritimplattform in das nächste Schiff rein oder Schießen von RIP, also Schlauchboot, Festrumpf Schlauchboot, dann weiter Grabenkampf, Häuserkampf, Waldkampf, Deckkampf, blablabla. Also einmal alles rum. Erst wenn ich einmal ganz rum bin, kann ich qualifiziert wirklich sagen, ich bilde den Operator aus zum einsatzfähigen Beamten oder Soldaten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt ein Fanmelder Schießausbilder wird, und das ist ja auch so, dann ist natürlich der Anspruch was ganz anderes. Der Fanmelder wird keinen Grabenkampf machen, der hat das vielleicht mal im Fernsehen gesehen oder YouTube-Video oder mal gehört, davon hat nachgelesen. Der wird nicht das machen können. Nichtsdestotrotz kann natürlich der Fanmelder ganz schnell in eine Nahkampfsituation kommen. Das heißt aber, der Schießausbilder, Fanmelder, ich kann auch Schmiernippel sein, also Instler sein. Schmiernippel. Einer, der gar nicht die Chance hat, wirklich die 360 Grad zu machen. Wie will er die hernehmen? Deswegen mache ich nicht den richtigen Vorwurf. Aber wenn wir wirklich von einer hohen Qualifikation sprechen, dann muss der natürlich das alles einmal hinterlegt haben aus Erfahrung. Und wenn mich jetzt einer fragt, ja, warum machst du das so und so? Was sage ich dir hier? So wie im Hubschrauber, so wie Plattformen, so wie im Grabenkampf. High-Ready, Low-Ready ist so ein Thema. Im Grabenkampf gehe ich natürlich niemals Low-Ready. Weil mit einem Tritt bin ich, sehe ich die Faust in der Nase oder Pistolenbindung, da ist nur High-Ready angesagt. Hinter dem Fahrzeug gehe ich nicht in der Low-Ready, High-Ready. Ich selber bin mindestens für 90 Prozent in der Low-Ready, wenn ich im Häuserkampf bin, gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Aber bei mir ist das dann so. Von daher, da gibt es Meinungen, aber da gibt es Klarheiten. Wie will mich jetzt einer ausbilden und sauber argumentieren, warum das so gemacht wird, wenn er es gar nicht gemacht hat? Macht die Sache natürlich schwierig und teilweise auch unglaubwürdig. Wir machen das so, weil es in der Vorschrift steht. Das ist natürlich die schlechteste Begründung. Ich blocke auch manchmal ab. Pass mal auf, hab Vertrauen zu mir. In drei Stunden erkläre ich dir das. Wir wollen jetzt keine Zeit verschwenden. Fertig laden. Also so bin ich dann auch schon manchmal. Einfach, weil ich weiß, in drei Stunden würde er mich gar nicht fragen. Dann hat er die Erfahrung gemacht. In Seedorf habe ich halt Schießausbilder, Schießlehrer ausgebildet. Bei mir ist das halt so, heißt der Nahbereich, eins bis drei müssen sie erfüllen, um Schießlehrer zu werden. So, dann gibt das Einheiten, die bilden Schießlehrer aus und jetzt haben sie ihre drei Wochen oder vier Wochen. Und in vier Wochen kommen die nicht weiter als Nahbereich drei. In einer Intensität, das heißt, der Nahbereich wird so in drei Sektoren aufgeteilt. Einmal der Kampf des Einzelnen, dann der Kampf mit Drehungen, also auch Einzelne, aber mit Drehungen und dann drei ist er mit Barrikade und bewegliche Ziele. Ich will damit nur sagen, am Ende dieser Schießlehrerausbildung kann der nur Nahbereich eins bis drei. Ich arbeite das mit meinen Jungs in der ersten Woche ab, Nahbereich eins bis drei, weil das ist nur der Weg dahin. Und die anderen Wochen, da lernen die das Kämpfen mit einem Sturmgewehr und mit Pistole. Und danach will ich nicht, dass die das jetzt so ihren Students beibringen, sondern ich will, dass die aus Erfahrung begründen, wenn sie jetzt ihren Nahbereich eins machen und auch hinterlegen aus Erfahrung bitter. Und wir sind auf den Übungssatz gegangen, haben dann auch da draußen gezeltet. Aber die mussten einmal den harten Weg gehen. Dann gab es natürlich auch so Leute wie Van der Leyen, die dann eine ganz tolle Idee hatte. Die hat mich wahnsinnig gemacht. Die war die erste Vernichterin. Vielleicht kriegt sie auch Geld von Putin, keine Ahnung. Die wollte dann hier alles gut machen. Kriegen wir Flachbildschirmen und dann Arbeitszeiten regulieren. Für die Infanterie ist das völliger Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Dienstzeitbegrenzung, dass ich also den alten Lehrgang, den ich früher gemacht habe, den kann ich heute gar nicht machen. Die machen jetzt drei Wochen, vier Wochen Ausbildung. Wir sind da draußen. Dann kriegen sie drei Wochen Zeit, Urlaub zu machen. Völliger Wahnsinn. Die Infanterie, der Kampf ist ja nicht nur am Tage. Wenn wir wirklich Direct Action machen, ist ganz, ganz viel, was wir nachts machen müssen. Und natürlich müssen wir die Grundlagen am Tag schaffen und dann nachts. Und was ist der normale Zustand eines Soldaten? Hilf mir mal. Ich würde sagen, Gefechtsbehandel. Der normale Zustand, ja, ist ein Teil davon. Vielleicht entspannt? Nein, ganz im Gegenteil. Der normale Zustand eines Soldaten ist, er ist hungrig, er ist durstig, er hat Schmerzen. Ach so, okay. Das ist der normale Zustand. Die ganzen Kampfkraft, erhaltende Maßnahmen. Nein, gar nicht. Wir müssen unsere ganze Ausbildung darauf auslegen, dass wir halt nicht entspannt sind. Uns geht das gut, sondern wir müssen alles daraus auslegen, dass er noch arbeiten kann, obwohl er Schmerzen hat, obwohl er hungrig ist, er friert, er ist durstig und dann müssen wir noch funktionieren. Das ist der normale Zustand. Und wenn es uns mal besser geht, dann sind wir glücklich. Der Polizeibeamte muss das nicht alles haben, aber für uns als Soldaten ist das das ganz Normale. Und dann müssen wir glücklich sein, wenn wir mal schmerzfrei irgendwo sind. Es wird passieren. Und auch im Training werden wir Schmerzen haben und wir werden durstig sein und wir werden übermüdet sein. Ist aber ein richtiges Problem, übermüdet zu sein, wenn wir gar nicht mehr so trainieren können, wie wir müssen. Und das ist halt eine richtig politische Sache, die meiner Meinung nach völlig falsch ist. Ich habe mal sarkastisch gegenüber einem Kommandeur gesagt, wenn ich also so nicht mehr trainieren kann, dann kriegen die zum Frühstück von mir eine Schlaftablette, um das denn zu simulieren, die Müdigkeit. Dann guckt er mich an. Das meinen Sie doch nicht ernst. Ich habe es auch nicht ernst gemeint. Ich wollte es einfach nur mal so auf die Spitze treiben. Aber ich will damit nur sagen, wir müssen, wenn wir denn ehrlich sind und unsere Soldaten in den Einsatz schicken, müssen wir sie optimal vorbereiten. Und wenn wir uns jetzt nur Ukraine angucken, die Soldaten da, die Ukraine, die ihr Land verteidigen. Super, interessantes Thema. Ja. Was ist denn deren Zustand? Die hängen da in irgendwelchen Löchern, die frieren sich denen hinterher ab, die kriegen nicht genügend zu essen. Einige schon. Aber die, die da vorne kämpfen, die werden nicht optimal versorgt. Und trotzdem müssen sie funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, sterben sie oder der Russe gewinnt. Die laufen auf dem Zahnfleisch. Ich habe die ausgebildet. Ukrainer kann nur sagen, das sind echt arme Schweine. Was kannst du Leuten raten? Ich habe viel, wir hatten gestern darüber gesprochen, über das Thema, was ich mache. Ich habe das große Glück einfach, dass ich viele Freunde mittlerweile habe, die im polizeilichen Dienst sind. Und es hat alles angefangen, dass ich denen anfing, mit dem bisschen, was ich weiß, unter die Arme zu helfen. Total klasse. Unter die Arme zu helfen. Kann ich nur sagen, nochmal ausdrücklich, du hast mir gestern nochmal wirklich einige Minuten, doch, doch, ich finde das so toll von dir. Das ist dein Mindset und das ist genau richtig, wir müssen denen helfen. Und wenn ich jetzt sehe, die Polizeibeamten, die Soldaten, wir reißen uns den Hintern auf und als Dank dafür kriegen wir nochmal einen drauf. und wie viel gutes Mindset musst du haben, als Polizeibeamter oder Soldat dagegen anzugehen. Die müssen ja nicht gelobt werden, die Polizeibeamten, und wir müssen auch nicht gelobt werden. Aber das ist ja nicht das. Wir reißen uns den Arsch auf und kriegen trotzdem noch einen drauf. Und dann, oh, er hat das falsche Wort genannt. Jetzt ist das bestimmt ein Rassist. Was für ein Quatsch. Ich habe das heute, glaube ich, gesagt und gestern auch, die Jungs, die ich kriege, die den Sprung zur SE machen wollen, sind wirklich gute Jungs. Nach allen Maßstäben, wie ich die bewerten kann, die sind geistig fit, die sind körperlich echte Tiere. Das sind aber auch gute Jungs. Das sind Leute, die wirklich meinen moralischen, ich will nicht sagen Standards, aber den Werten, die mich inspirieren, wirklich entsprechen. Was rätst du diesen Leuten, den Sprung zur SE zu machen? Weil es ist, klar, wir versuchen irgendwie, die im Schießen fit zu machen. Burpees können die tausend Stück machen, schwitzen die nicht mal. Aber trotzdem kommen wirklich wenig, wenig durch. Teilweise sind das Ablauffehler oder diese ganzen Einstellungsfeststellungsverfahren und so, die sind wirklich tricky und gut anscheinend. Was kannst du diesen Leuten hatten? Wie können die sich darauf vorbereiten? Das A und O. Wichtiger als Waffen, Gucci-Waffen und Gucci-Ausrüstung ist Mindset. Wir hatten ja über Live-Mindset vorgesprochen. Jetzt gibt es aber auch Training-Mindset. Also auch ich bin ein Verfechter, langsam ist flüssig, flüssig ist schnell. Man muss es nur richtig verstehen. Also dieser Spruch, der jetzt manchmal von einigen amerikanischen Ausbildern schon wieder belächelt wurde und schlecht geredet wurde, völliger Quatsch. Der hat seine Berechtigung. Man darf nur keinen Punkt hintersetzen, sondern ein Komma. Wenn ich jetzt davon spreche, dann erkläre ich auch meinen Züllen, was damit gemeint ist. Und das heißt, arbeite immer so schnell, wie du gerade noch fehlerfrei bist. Und wenn du dich danach hältst, dann wärst du automatisch gut. Einer, der Stroh doof ist, wird natürlich niemals es eh machen können, weil man muss natürlich auch intellektuell so ein bisschen drauf haben, Teamfähigkeit, bla bla bla. Das ist aber meistens eine Sache, die sie mitbringen. Und daran werden sie auch getestet. Also wenn einer den Eingangstest gemacht hat, Psychologe, der wird feststellen, intelligent genug, teamfähig genug, wenn er nicht teamfähig ist, wird er ja gar nicht genommen. Wenn er nicht schlau genug ist, wird er auch nicht genommen. Das müssen keine Braini's sein, aber sie müssen intelligent genug und teamfähig genug sein. Und dann wird noch ein bisschen dazu geboxt. Mindset. Das eine, wirklich ganz praktische Sache, arbeite immer so schnell, wie du gerade noch fehlerfrei bist. Okay. Wer sich danach hält, der wird automatisch gut sein. Das nächste, jeder macht Fehler. Es gibt Fehler, die können wir machen, die können wir uns erlauben. Und es gibt Fehler, die können wir uns nicht erlauben. Ausversehen, ein kleines Kind zu erschießen, können wir uns mit Sicherheit nicht erlauben. Aber daneben zu schießen, können wir uns erlauben. Wir können uns erlauben, das Magazin falsch zu greifen. Aber jeden Fehler nur einmal machen. Dann wird man automatisch zum Profi. Das heißt, man muss dann auch, wenn man festgestellt hat, man hat einen Ausbildungsmangel, und das mache ich heute noch, wenn ich also irgendwas herstelle, an mir, ich bin nicht so gut, wie ich sein möchte, dann habe ich ja mein Arbeitszimmer da oben, dann trainiere ich halt, bis ich so gut bin, wie ich will. So, und wie ich auch das mache, das sollten die dann auch machen. Also, wer denn dahin will, muss halt wissen, ich gehe jetzt in die Champions League, und dazu gehört, arbeite an dir selbst. Warte nicht auf den Befehl, auf die Anweisungen, sondern tu es. So, stelle einen Mangel fest, und stelle ihn ab. Wenn wir über sprechen, langsam was flüssig, flüssig ist schnell, dann kann man nicht so einfach den Punkt setzen, sondern Komma, aber verschwende keine Zeit. Wenn ich also das Beispiel nehme hier, wenn ich jetzt mal ein Kommando heb, oder Trillerfib, oder Timer, oder was auch immer, wenn ich das nehme, dann sage ich, nein, macht langsame Bewegung, aber verschwendet keine Zeit. Also, Beispiel bei H von F hat nicht auf das P, sondern ihr beginnt euch zu bewegen bei H. So, und das wird dann irgendwann mal so sein, dass er dann diese Reaktion, so, und dann fängt er an sich zu bewegen, man stellt fest, mit den langsamen Bewegungen, und schnelle Bewegungen, und hektische Bewegungen, ist immer nochmal so ein Unterschied. Ich rede jetzt davon, die hektischen Bewegungen, die müssen weg. Langsam ist flüssig, flüssig ist schnell, Geschwindigkeit kommt von alleine, aber keine Zeit verschwenden. So, und das heißt, wenn ich mich danach halte, werde ich auch zum Profi. Ich muss nur konsequent sein, ja. Thema, jetzt will einer effektiv in eine Ausbildung reingehen. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass man versteht, wie man lernt. Man ist wesentlich effektiver, weil man verstanden hat, was will der Ausbilder, warum macht er das? Ist man wesentlich effektiver. So, ich habe jetzt verstanden, mein Ausbilder nimmt mich so hart ran, macht so viele Wiederholungen, um zum Beispiel mein Unterbewusstsein zu programmieren oder meine Muskelerinnung aufzubauen. Ich gehe nicht gegen den Ausbilder, sondern ich arbeite, ich helfe den Ausbilder, dass er mich gut macht. Okay. Ich arbeite mit ihm zusammen, an mir. Genau. Der wird alles dran setzen, wenn das ein guter Ausbilder ist, dass ich besser werde. Ich blockiere nicht, ich lasse mich abbücken, ich gehe wirklich intensiv an die Sache, ich verstehe, warum er es macht. Das ist natürlich effektiv. Es gibt so, ich sage immer so, die psychomotorischen Sachen, fast alles kann man machen, mit der Zielsetzung, mein Unterbewusstsein zu programmieren. Affektive Sachen, da geht es jetzt auch um Mindsetbildung. Wie kann ich mein Mindset bilden? Zum Beispiel auch durch Vorbilder. Also der Ausbilder, der sich immer rausnimmt, der nicht vorschießt, sondern ich gehe ran, meine Ausbilder müssen alles vorschießen können. Das ist natürlich auch problematisch. Ich höre viele Ausbilder, die sagen, nee, ich schieße nicht vor, weil wir haben so wenig Schießzeit, wir haben so wenig Munition, was für Quatsch. Die schießen nicht vor, sagen sich zu blamieren. Ja, genau. Und nein, man muss vorschießen, man muss nicht der beste Schütze sein. Das ist schön, wenn das so ist, aber wenn es nicht so ist, aber ich muss natürlich, aus dem Stand raus, muss ich die Übung erfüllen können. Und dann erkläre ich, warum das so wichtig ist. Und guck mal, ich habe das letzte Mal einen Lehrgang gemacht vor vier Wochen. So, guck her, und es klappt trotzdem. Das ist ihm auch natürlich schlecht, wenn er jetzt daneben schießt. Und dann mache ich das Ding einfach vielleicht einen Ticken langsamer als meine Höchstgeschwindigkeit. Aber das sind so Sachen, wo jetzt der Einzelne sieht, lernt mit einem Auge. Und das muss ich aber wollen. Nicht, mein Ausbilder macht jetzt hier vor mir den Dicken, man hört, das ist kein Problem, weil er so viel geschossen hat, sondern der zeigt mir jetzt alles. Der gibt alles, damit ich besser will. Also diese Aufnahme, das wirklich so ranzugehen als Student, das macht dich gut. Und nochmal, das Hauptding ist, ja, wir können Fehler machen, aber den Fehler machen wir nur einmal. Wenn ich beispielsweise jetzt eine Yachtkampfübung, dann bin ich sechs Tage da draußen oder länger mit meinen Jungs. Jetzt stelle ich fest, in meiner Ausrüstung, oh fuck, da ist was abgerissen. Am Ende der, nach dem Duschen, irgendwann hole ich mein Nähzeug und dann wird das wieder befestigt. Oder ich stelle fest, ich habe eine neue Ausrüstung bekommen und die ist nicht optimal. So, jetzt gehe ich dann auf gar keinen Fall in die nächste Ausbildung mit dem gleichen Mangel, sondern der wird abgestellt und bei der nächsten Ausbildung bin ich natürlich dann wieder besser. Ich habe also Mangel festgestellt und habe den abgestellt. So muss man da rangehen. Das bedeutet auch, sehr ehrlich zu sich selber zu sein. Ja. Und das tut manchmal weh. Ich hatte jetzt eine Nahkampfausbildung vor, wie heißt es, ein bisschen länger. Da war dann so ein Abschlussparcours. Nun war ich der, der Dienstgrad Älteste. Der Major hat die Ausbildung gemacht und dann war ich da, der Älteste bin. Der höchste Dienstgrad war ich dann der Erste durch den Parcours und dann muss ich am Parcours ablaufen und dann werde ich angegriffen und tue Dinge und da hatte ich einen Thai-Boxer dabei und der hat mir eine gedengelt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass ich ohnmächtig war. Eigentlich bin ich auch schnell wieder wach geworden. Ich habe ein paar eingesteckt und war auch schön mit blauen Flecken besieht. aber ich habe im Grunde genommen das auch alles so hingenommen, obwohl ich so alt bin und Kommando und, und, und. Aber dieser Typ, der konnte halt richtig gut kämpfen. Der hat mir eine gedengelt. Dann bin ich kurz nach hinten. Ich wusste, wie gesagt, gar nicht, dass ich ohnmächtig war. Dann bin ich aufgewacht. Dann wollte ich ihm eine geben und dann ist er weggelaufen. Taktisch alles richtig gemacht. Den habe ich das überhaupt nicht übel genommen, weil das war ein kontrollierter Schlag und er war einfach besser als ich. Dann kriege ich von meinem Lanza eine voll auf die 12 und stehe auf und dann gehe ich zu ihm hin und sage, Hammer, guter Schlag. Habe ich nicht kommen sehen. Super getroffen. Muss ich vor ein bisschen besser aufpassen. Nun habe ich meistens eingesteckt, nicht als, 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 ähm. Ausbilder? Nee, das und so nicht. Ich habe mich da ausbilden lassen. Nee, aber als, 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 nicht als Feind, sondern als guter Deutscher, der jetzt durch den Parcours geht und die anderen waren Feind. Am meisten habe ich natürlich eingesteckt und das war da auch so als Feind. Also wenn ich dann angreifen musste, ich musste kontrolliert ran. Du warst der Bösewicht. Ich war der Böse oder wir alle waren die Bösen und ich musste dann mit einem Kameraden ihn angreifen und dann musste er uns beide da abwehren. Aber da muss ich ganz einfach sagen, der war einfach besser als ich. Muss ich hinnehmen. Ich könnte also nicht sagen, ich bin jetzt in allem, was ich ausbilde, ich bin nur kein Nahkampfausbilder, aufwendig ein paar Mal was gemacht habe und erst in der Karate habe und so. Aber der war einfach besser. Und dann muss ich auch hingehen. Klasse gemacht. Gutes Ding. Voll auf die Zwölf. Und dann sagt er mir, ja, sie waren ohnmächtig. Was? Ich habe nur ein paar Sterne gesehen. Ne, ist halt so. Ne, der war besser als ich. Ist halt so. Also muss ich hinnehmen. Ist immer wieder, dass man ein Besseres hat. zusammenarbeiten und dass diese goldenen Körner und auch wenn es mal kurz das Realisieren ist, dass ich kurz ohnmächtig war, weil jemand einfach besser ein Hand-to-Hand war, als Chance begreifen und daran wachsen. Unbedingt. Also beim nächsten Mal, wenn ich mit denen kämpfe, werde ich, werde ich diesen Schlag nicht so leicht rankriegen. Dann werde ich ein bisschen vorbereitet sein. Aber er soll trotzdem was besser sein. Rosi, ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Ich habe dich jetzt so lange schon in Beschlag genommen. Ich habe das Gefühl, ich könnte mit dir noch den ganzen Tag quatschen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Ich hoffe, wir hören uns nicht zum letzten Mal. Meine Einladung steht natürlich, dass du zu Band 2, wenn es das Thema Rifle gibt, dass du direkt wiederkommst, dass wir direkt da ansetzen, wo wir heute aufgehört haben. Ja, gerne. Danke für deine Zeit. Ich muss sagen, war für mich eine super entspannende Sache mit dir hier. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich war so aufgeregt. Aber Rosi. Nee, nee, alles gut. Mein Lieber, dann vielen Dank. Dann machen wir jetzt hier Pause und jetzt trinken wir erstmal Kaffee, oder? Klasse. Alles klar. Super. Oh mein Gott.